ja herzlich willkommen an alle zu unserem co-op stream heute zum thema twitch und co matthias und ich haben überlegt wir plaudern heute mit euch mal gemeinsam darüber wie wir social media einsetzen in der wissenschaft im speziellen in der lehre lehrveranstaltung aber auch darüber hinaus wissenschaftskommunikation forschung und so weiter und wir wollen das mit euch mal gemeinsam erörtern wie man das machen kann und welche welchen zweck das haben kann und warum wir das machen und so und ja matthias vielleicht wollen wir uns kurz vorstellen oder willst du anfangen sehr gern ich bin matthias magdowski ich bin wissenschaftlicher mitarbeiter an der otto von gericke universität in magdeburg ich habe hier von 2003 bis 2008 wenn ich mich recht erinnere studiert damals noch auf diplom elektrotechnik mit so einer spezialisierung die eigentlich einen sehr witzigen titel hatte allgemeine elektrotechnik also als spezialisierung dann wiederum was allgemein ist und bin dann irgendwie hängen geblieben als wissenschaftlicher mitarbeiter und kümmere mich da oben grundlagen lehrveranstaltungen also ich mache sowas wie grundlagen der elektrotechnik und dann in denen also das sind die bachelor studiengänge jetzt und in den master studiengängen dann eben sowas wie elektromagnet verträglichkeit messtechnik ja so praktische sachen in der in der elektrotechnik und seit 2015 so glaube ich in dem dreh also auf jeden fall noch deutlich vor der corona und pandemie zeit habe ich mir dann mal überlegt ja eine eine lehrveranstaltung die ich im master hatte die heißt so analyse und berechnung elektrischer strukturen die ist relativ mathematisch da gibt es so ein rundum schlag um die in die netzwerk berechnungsverfahren und die feld berechnungsverfahren und das ist so ich habe das so als klassische tafel anschrieb vorlesung gemacht ja ich habe was an die tafel geschrieben habe das erklärt wieder so der formalismus ist warum man jetzt die formel so umstellt und so umstellt und hatte relativ wenig zeit dann irgendwie so für übungen und habe dann mal nach der nach dieser lehrveranstaltung zyklus nach den prüfungen mit den studien gesprochen wie ich das irgendwie zeitlich optimieren kann meine idee war das in folien zu gießen und haben die alle gesagt nein auf gar keinen fall das ist so schön dass das jetzt mal keine vorlesung ist die so ein powerpoint karaoke kino ist sondern dass sich da jemand tatsächlich noch hinsetzt und irgendwie was erzählt und dann habe ich andere videos bei youtube gesehen und habe eben angefangen letztendlich meine vorlesung in so ein also das was ich erkläre in videos zu gießen und aus der lehrveranstaltung so ein flip classroom format zu machen so dass die leute sich im vorher diese videos anschauen und wir uns dann treffen für die vertiefung genauso wie man das macht eben für die beispiele für das ausprobieren für das selber anwenden und das hat ziemlich gut funktioniert und so bin ich irgendwie so in diesem video bereich reingewachsen und dann kam natürlich irgendwann mal diese pandemie und dann gab es noch ein paar mehr videos und dann habe ich irgendwann so im laufe der pandemie angefangen einfach fast alle lehrveranstaltungen wo sich das irgendwie anbietet also wo dann doch ich einen größeren anteil habe oder wo interaktion trotzdem stattfindet die die eben auch live bei tits zu streamen und so dass es parallel eine aufzeichnung gibt und dann habe ich immer naja so ein best of davon wenn sich wenn ich denke dass sich das gelohnt hat auch im nachgang meistens noch mal bei youtube veröffentlicht oder dann auch bei twitch als video on demand und ich mache auch noch super viel so in richtung studienwerbung ich bin auch ein bisschen so als workshop leiter im bereich der hochstudiatik unterwegs bin aber eher so autodidakt also alles was ich da weiß habe ich mir irgendwann mal so selber überlegt und angeeignet ja genau also da habe ich super viel gemacht so in dem thema wie kann man das aus einem hörsaal gleichzeitig so machen dass da eben also dass das für leute im hörsaal sinnvoll ist dass man die möglichkeiten des des hörsaals oder eines seminar raumes nutzt und das gleichzeitig für leute eben auch in der digitalen welt greifbar macht und so dass es so dass es auch interaktions möglichkeiten gibt über diesen hybriditäts graben hinweg also dass sich auch leute vor ort dann mit leuten in der online welt austauschen können über verschiedene online plattformen und man da gut und interaktiv zusammenarbeiten kann ja ich war gerade gemutet hat der chat natürlich sofort bemerkt sorry ich hatte genau ich hatte ich hatte für alle die jetzt das video schauen genau einfach nur gesagt dass matthias auch im bereich der hybriden lehre bekannt ist ja sehr schön wir können gleich mit schluss legen vielleicht sage ich noch wer ich bin mein name ist christian spanner eigentlich ein professor für mathematik und informatik didaktik an der pädagogische schule in heidelberg und habe schon relativ früh auch angefangen mit dem inverted classroom vor zwölf jahren ungefähr habe dann auch youtube videos erstellt die im inverted classroom eingesetzt wurden und befasse mich eigentlich seitdem mit allem um inverted classroom video basierte lehre und so weiter herum und war mal sieben jahre pro rektor in unserer hochschule für forschung transfer und digitalisierung da habe ich das ganze ein bisschen ruhen lassen und jetzt seit einem jahr bin ich wieder voll im saft sozusagen in der lehre und genau habe jetzt tisch für mich entdeckt discord und versuche jetzt ja neue wege zu finden meine mathematik lehrer an der hochschule zu gestalten und ja vielleicht fangen wir da mal an zu plaudern matthias twitch hast du schon gesagt benutzt du um aus den lehrveranstaltungen zu streamen warum genau machst du das also warum streamst du aus der lehrveranstaltung direkt also erst mal weil ich denke dass so grundlagen elektrotechnik jetzt nichts ist was nur für meine studierende magdeburg interessant und relevant ist sondern dass es da zumindest im deutschsprachigen raum noch ein paar andere leute gibt an anderen unis andere studierende kann auch vielleicht auch leute die gerade eine ausbildung machen die irgendwo schon vielleicht als techniker als young profession ist wie man so sagt irgendwo arbeiten sich aber trotzdem weiterbilden möchten oder sagen hier das interessiert mich mal das möchte ich mir mal anschauen und dann ist es natürlich schwierig immer in einen hörsaal an einen bestimmten ort zu kommen ja oder in einen größeren lehrveranstaltungsraum und dann ist es natürlich super gut wenn man sich das dann einfach online live anschauen kann was natürlich den vorteil dass man an so interaktiven formaten mitmachen kann also ich mache ich manchmal erkläre ich auch was aber ich versuche das eigentlich zu vermeiden sondern ich versuche eigentlich solche synchrone lehrveranstaltungen mit viel interaktion aufzubauen mit viel quizzen zwischendurch und viel audience response und viel viel so peer instruction dass ich versuche dass leute sich dann auch ein bisschen in kurze diskussionen zu bringen sich fast gegenseitig zu erklären und darüber eigentlich so so raus zu bekommen was was haben die studierenden schon gut verstanden was brauche ich absolut überhaupt gar nicht zu erklären und wo gibt es vielleicht noch irgendwie nachholbedarf oder was war vielleicht auch vorher in dem in unserem skript in dem buch auf irgendwelchen webseiten die ich mal empfohlen habe oder auf irgendwelchen videos die ich vorher empfohlen habe was war da vielleicht unverständlich na also wo lohnt sich das jetzt noch mal das zu erklären und also auf jeden fall ein punkt ist man kann damit eine größere reichweite erzielen und man kann leute daran teilhaben lassen die sonst eben bei so einem reinen präsenzformat nicht den nicht die chance hätten oder die möglichkeit hätten das zweite was so dazu kommt ist und das ist glaube ich was wo wo vielleicht doch die eine oder andere lehrperson auch noch ein bisschen dran wachsen könnte ist dass man sich dann die sachen im nachgang natürlich mal selber anschauen kann und selber so ein bisschen reflektieren kann wie hat man das in der einen oder anderen situation erklärt wie ist man darüber gekommen wenn man sich das im nachgang anguckt und und sozusagen selbst feststellt oder an der stelle wird es jetzt irgendwie so ein bisschen langweilig dann ist es wahrscheinlich auch für die stöne langweilig geworden also selber sich im nachgang das mal anschauen im sinn von so einem reflektion darüber reflektieren wie kann ich mich so ein bisschen verbessern an der stelle und ich meine ansonsten ja macht es auch also ich ich finde es immer wieder spannend mir macht spaß und deswegen mache ich es auch und 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 natürlich wenn man streamt zumindest über twitch gibt es auch gleichzeitig eine aufzeichnung die leute wissen immer sofort unter welchen links sie das finden wenn ich das jetzt einfach so aufzeichnen würde meinetwegen über zoom dann kann da irgendwie so eine datei raus da müsste ich wieder irgendwo hochladen da müsste ich wieder irgendwie freigeben irgendwie so ein link verteilen also twitch ist einfach als plattform so nett dann im sinne ja es gibt twitch tv slash matthias makdowski und da kann man hingehen und da findet man die aktuellen videos man findet irgendwie so einen plan wann ich potenziell vielleicht das nächste mal live bin und man findet die aufzeichnung man findet video on demands man findet ich habe da auch in diesem infobereich da kann man ja sehr cool so zusätzliche informationen hinterlegen da habe ich dann simulations modelle oder irgendwelche schaltbilder oder irgendwelche matlab-quelltexte von problemen die ich mal im stream behandelt habe hinterlegt so dass man die darunter laden kann und leute kriegen eine benachrichtigung aufs handy wenn sie wenn wenn ich mal wieder live bin und das ist das sind so features die bietet einfach kein kein management system irgendwie eine uni und das finde ich so den vorteil ich habe mich gefragt genau du hast ja wenn du jetzt inverted classroom einsetzt ja und live aus dem hörsaal streams also ich habe immer das problem ich mache das ja auch ne dass ich natürlich diese ganzen arbeitsphasen wo in gruppen gearbeitet wird und wo die studenten untereinander reden und so weiter die kann ich will ich natürlich nicht stream das macht aus meiner sicht jetzt keinen so großen sinn sondern ich streame immer nur die frontalsituation in denen ich ein unterrichtsgespräch führe machst du das auch so oder wie machst du das ne ja im prinzip ja ich also ich schalte mich dann einfach stumm und da kann man ja in zoom es gibt gerade im chat den sehr guten hinweis ich weiß nicht ob du das jetzt live im hinteren noch fixen kannst das ist ja sehr gut ja also ich ich schalte mich dann einfach stumm weil ich natürlich nebenbei auch mit den studierenden dann sprechen möchte ohne dass man das irgendwie in dem stream und oder in der aufzeichnung hört und gehe dann so ein bisschen rum im raum ich habe ja meistens zeige ich auch experimente und dann habe ich einfach so die die kamera die ich für die experimente verwende die schwenke ich dann so ein bisschen hoch was meistens eine dokumentenkamera ist mit so mit so geringer auflösung also man erkennt da dann im in dem bild keine gesichter drauf aber man sieht so ein bisschen den hörsaal und man sieht dass ich darum gehe und dass da gerade irgendwie noch was passiert dass die leute am arbeiten sind und dann ist ja ein so ein vorteil ich mache das ja in den allermeisten fällen nicht über obs oder aus obs sondern ich mache das über zoom also ich mache ein zoom meeting auf das hat sich so aus der hybrid zeit ergeben weil natürlich dann leute mit in diesem zoom meeting drin waren und und wir da direkt interagiert haben also zumindest eben mit den online teilnehmenden mit den zoomys und dann gibt es in zoom eine sehr nette funktion dass man aus zoom raus direkt nach twitch streamen kann und das hat den vorteil dass dann der 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 rechner der laptop im hörsaal oder im lehrveranstaltungsraum dadurch deutlich weniger belastet wird als wenn man das jetzt eben per obs machen würde das hat einfach auch was kann auch mit den grafikkarten mit den video kompressionsverfahren da im hintergrund zu tun also das aufwändige number crunching aus dem video bild irgendwie jetzt ein stream zu machen das macht dann machen irgendwelche zoom rechner in der cloud und was an zoom ja so toll ist ist dass es da so ein so ein whiteboard und so ein overlay modus gibt mit dem man ja über dem bildschirm beliebig drüber zeichnen kann und wo man sachen einfügen kann vielleicht so ein bisschen so wie jetzt mit irgendwelchen szenen oder so ein obs und dann schreibe ich da einfach hin es geht weiter in oder arbeitszeit bis oder ich in windows gibt es ja so eine uhr die man auch als counter und als timer einstellen kann und dann blende ich die einfach ein dann sieht man die im hörsaal dann sieht man die im stream man sieht die dann in der ja erstmal in dieser groben aufzeichnung und das schneide ich dann einfach später raus ähm ja oder ähm übernehmen das dann diesen teil einfach nicht mit in das video on demand aber im normalfall schneide ich sowieso sehr sehr wenig weil ich das irrsinnig zeitaufwendig finde ähm und meistens ja schneide ich dann einfach nur aus einem größeren video irgendwie sozusagen den anfang und ende weg und so das ein teil den ich dann relevant bleibe den relevant finde den veröffentlich dann nicht als als neues video ja genau so mache ich es auch also ich schneide relativ wenig das bringt nichts also irrs und irms rausschneiden und so weiter ja es ist einfach irrsinnig zeitaufwendig das zu machen ja also die zeit finde ich die kann man dann besser investieren ja admiral wurst hat eine frage und zwar nimmt die beißhemmung der studis zu wenn sie wissen dass es ein stream raus gibt ich vermute die frage meint ob sie ob die studis dann eher weniger bereit sind sich aktiv zu beteiligen ähm also kann ich eigentlich nicht sehen weil ich habe ja eher große lehrveranstaltungen oder oder sagen wir mal die die streame sind eher große lehrveranstaltungen wo dann typischerweise schon irgendwie sowas wie um die 50 äh personen im im hörsaal oder am lehrveranstaltungsraum sitzen ähm und das heißt ich plane dann interaktionsformate wo jetzt nicht ein einzelner student studentin zu wort kommt um irgendwas zu erzählen sondern ich ich mache das dann so im normalfall ähm dass man ähm getreu diesem schönen internet motto und die internet no one knows you are a dog ähm dass man sich dann anonym oder pseudonym beteiligen kann und eben was in ein etherpad schreibt irgendwie sowas in so ein mentimeter board reinschreibt ähm und und das dann ohne klarnamen der studierenden ähm da erscheint und wie gesagt wenn es dann so arbeitsphasen gibt wo leute in kleinen gruppen zusammenarbeiten und ich gehe dann rum und gucke mir das so ein bisschen an und versuche hier und da so ein bisschen anzuschieben dann dann ähm gibt es in dem in der zeit eben keinen stream nach außen dann ist mein mikrofon gemutet und dann das wissen die leute auch das sieht man ja dann auch praktisch vorne auf meinem bildschirm in dem zoom fensterchen ähm ja so dass das eigentlich ganz gut funktioniert und ich meine so eine andere sache die man ja immer wieder hört ist ja wenn ich jetzt ähm also von anderen lehrpersonen nicht unbedingt von studierenden ähm ja wenn ich jetzt meine lehrveranstaltung aufzeichne oder wenn ich die auch hybrid anbiete oder wenn es da eben ein livestream gibt dann kommen die studierenden ja nicht mehr in den hörsaal oder in den lehrveranstaltungsraum sondern gucken sie sich das eben nur noch im in dem in dem online an ähm und das kann ich so nicht bestätigen also ich ich glaube wenn man das eben interaktiv genug gestaltet also dass das vielleicht dann immer noch so einen ganz kleinen vorteil hat eben mit den anderen leuten im raum zu sein ähm also einfach weil man im raum natürlich trotz allem was online geht noch mal direkter mit dem sitznachbarn oder der sitznachbarn rechts und links sich austauschen kann dann kommen studis auch ganz gern in den hörsaal und ich glaube wenn sie das nicht machen ähm dann liegt es einfach daran dass man naja also zum beispiel wenn so eine lehrveranstaltung jetzt übertrieben gesagt freitag von sieben bis neun stattfindet und das auch vielleicht die einzige lehrveranstaltung an dem tag ist ähm würden wir denn als also würden wir dann zum campus fahren nein würden wir wahrscheinlich auch nicht machen wenn es eben einigermaßen gleichwertigen äh livestream oder ja und also nervös äh sagt genau das gleiche ähm und genau und also wenn man dann mal krank ist dann kann man sich das in der wiederholung anschauen mir sagen ganz viele studierende ähm mit migrationshintergrund oder internationale studierende dass sie diese aufzeichnung ganz toll finden weil man sich dann eben sachen zweimal anschauen kann oder man kann noch mal zehn sekunden zurückspulen wenn man das an der stelle nicht verstand hat ich tendiere auch untertitel in anderer sprache untertitel in anderer sprache ja also wenn man genau wenn man das ja mit guter audioqualität aufzeichnet kann man super live transcripts oder eben später transkripte erstellen die kann man auch super gut übersetzen dann oder mittlerweile relativ gut übersetzen ähm und ja also ich tendiere vermutlich dazu relativ schnell zu sprechen oder zumindest sagen wir das studieren immer wieder dass es bei mir man sich ein video nicht unbedingt in ein halbfacher oder doppelter geschwindigkeit anschauen muss ähm sondern eher da manche studis sagen ja 80 prozent reichen da auch an der stelle aus ne ähm jetzt ist das jetzt ist das i ergänzt das ist das i habe ich ergänzt das mache ich alles parallel kein problem äh genau ähm im inverted classroom ist es ja so genau also das das problem habe ich immer ne der im inverted classroom ist ja die präsenz wenig frontal sondern es geht ja häufig um das gemeinsame arbeiten interaktive arbeiten und so und die präsenzveranstaltung ist ja sozusagen die muss ja einen mehrwert bieten gegenüber dem reinen schauen von irgendetwas genau und allerdings gibt es eben genau die studierenden die nicht kommen können weil sie care aufgaben haben oder weil sie krank sind oder weil sie vielleicht veranstaltungsüberschneidungen haben das gibt es bei uns auch häufig ne so dass man in der einen woche in die eine veranstaltung geht in der anderen in die andere und da finde ich ist eben die hybride variante äh oder sogar highflex ne also dass man ja die online synchron teilnahme ermöglicht und die online asynchron beteiligung durch anschauen schon schon echt gut und was du von gemeint hast mit genau es ist weil die frage von admiral wurst gewesen wegen der hemmung der studierenden also ich versuche es auch natürlich so zu gestalten auf keinem video ist irgendein studie zu sehen natürlich das können wir nicht machen sondern also die studie sind nicht zu sehen die sind nur ganz leicht aus dem oft zu hören man kann die gar nicht verstehen sondern ich wiederhole einfach das was sie sagen in meinem mikro und insofern ist da ein geschützter raum also die studie ich nehme nicht wahr dass die studie sich da nicht melden weil sie denken da wird das gerade gestreamt sondern es ist klar es ist eigentlich nur ich bin zu sehen und eigentlich bin nur ich zu hören eine sache hat mich jetzt neulich beschäftigt und zwar ich habe 150 leute im raum und ich rufe die studie ist gerne mit namen weil das so ein bisschen persönlichen charakter hat genau und dann haben die alle namensschilder da stehen und jetzt habe ich die dann nicht mehr aufgerufen wenn ich jetzt streamen dann kann ich nicht mit dem namen aufrufen und meine lösung ist das versuche ich jetzt im nächsten semester die schreiben auf die namensschilder nicht ihre echten namen sondern nicknamen nicknamen genau dann rufe ich die auf so wie admiral wurst oder nervous null pointer oder keine ahnung prinzessin lillyfee sailor moon keine ahnung batman spiderman irgendwie sowas ne und das stelle ich mir extrem lustig vor wenn ich dann videos auf youtube stelle die die leute sich nachträglich anschauen und ich dann irgendwie beiträge von admiral wurst oder so einhole ja und also wir haben so ähnlich den gleichen effekt ich spiele mit den leuten relativ gern kahoot kennst du das ja ja und ich meine da gibt man sich ja auch einen namen und da sind natürlich auch immer wieder die schönsten namen dabei und die sieht man dann natürlich auch im stream oder die sieht man dann auch in der aufzeichnung und da sind auch dann einspielungen drin auf was ist ich also dass ich ich zeige in meinen veranstaltungs materialien jetzt also nicht in den gedruckten skripten oder in den skripten wie man sie früher ausgedruckt hat sondern in den in den folien setzen dann für die live veranstaltung ganz gerne mal irgendwelche memes um den einen oder anderen elektrotechnischen sachverhalten etwas besser zu erklären oder die hintergründe und dann also der name mimdowski in anspielung auf meinen nachnamen der taucht dann öfter mal auch in der kahoot namensliste auf und also ja es gibt es gibt dann so klassiker weiß nicht das bier und das brot und all solche sachen und das ist da hat sich auch eine gewisse kultur muss man schon sagen draus entwickelt sich irgendwie fancy namen für das kahoot spiel dann auszudenken das wird das finde ich echt super lustig und das hat ja auch den vorteil also ich nehme in der mathematik ist es so viele studis haben angst oder bedenken irgendwelche fragen zu stellen ist merkt man bei online foren in moodle oder so wo sie mit dem echten namen unterwegs ja genau dass sie da denken auch das ist eine blöde frage und so und man ist eher bereit online irgendwas zu machen wenn man unter einem pseudonym arbeitet oder anonym ist so dass ich jetzt auch plane ich jetzt mittelfristig kurzfristig aber mittelfristig auch eine lernplattform zu verwenden in der die studis unter pseudonym agieren dass ich will die realen namen überhaupt nicht wissen die sind mir völlig egal ich will die realen namen nur bei der prüfung wissen am ende vorher ist mir völlig egal schnurz piep egal wie die leute wirklich heißen sondern vorher ist mir wichtig dass sie die möglichst in sich im geschützten raum wissen und dann auch eher trauen irgendwas zu sagen ja also wir benutzen ja bei uns moodle als lernmanagementsystem und da gibt es zumindest ein ja wie nennt man das in moodle ein modul oder eine lernaktivität die nennt sich hot question und da kann man auch fragen stellen anonym also man kann die mit namen geben aber man kann das auch komplett anonym machen der einzige nachteil ist also ich habe dann so fragenforen eingerichtet man kriegt dann als lehrperson leider keine benachrichtigung oder e mail oder irgendeine art von notifikation dass da jetzt eine neue frage aufloppt und dann muss man sich so ein bisschen in seinen kalender auch wieder vor lager einen termin reinpacken dass man da zumindest einmal die woche oder mal alle drei tage oder so reinschaut und weil ich meine wenn dann natürlich ewig fragen rum dümpeln die dann nicht beantwortet werden dann ist so ein fragenforum natürlich auch tot also man möchte ja als student eben studente natürlich zeitnahes feedback auch auf solche fragen haben ja und ansonsten also versuche ich in so live lehrveranstaltungen ich nenne das ja auch nicht versuche das nicht vorlesungen zu nennen sondern sehe nicht wie du eben plenum ja also von vornherein solche atmosphäre zu schaffen wo man als person die da mit im raum sitzt eben das gefühl hat hier ist es keine frage salopp gesagt blöd genug um nicht jedoch irgendwie gestellt zu werden ja und also ich das ist das ist glaube ich aber auch was was man so ein bisschen kultivieren muss und was ich erstmal etablieren muss und was schwierig ist so zu so zu schaffen und zu umzusetzen genau perno mit cola hat auch gerade kommentiert dass ihm keine frage zu blöde ist genau ich stehe zu meinem unwissen und genau das ist auch die richtige haltung und das versuche ich sozusagen oder versuchen wir wahrscheinlich unseren studierenden auch immer zu vermitteln trotzdem ist es so wenn man mit realen namen frage eine frage gepostet oder so man es geht leichter von der hand wenn man nicht unter dem realen namen online ist genau was ist dieses alte sesamstraßen motto wer nicht fragt bleibt dumm und und was man vielleicht auch irgendwie sagen muss also lehrpersonen freuen sich ja total über fragen also es ist immer so ich glaube als student stellend vielleicht ich auch früher hatte auch so dass und jetzt eine frage und ist das vielleicht also es einem selbst ein bisschen unangenehm und dann dann ist die ist der professor oder die der wer auch immer da die übung macht genervt wegen irgendwie da jetzt kommt eine frage und dann kommt noch eine frage kommt also das ist ja ist ja genau andersrum also als man man freut sich ja über fragen und also insbesondere wenn die fragen gut sind und dann freut man sich noch mehr und man klar manchmal erwischen einen natürlich auch fragen wo man sagt sorry da über den sachverhalt habe ich jetzt auch noch nicht genau so nachgedacht da müsste ich jetzt auch erst mal passen dass die da verschiebe ich mal die beantwortung auf nächste frage flindetimes die matthias und christian talk da stelle ich mir doch glatt ein twitch okay ja okay sehr schön super cool ja flindetimes hat vorhin gefragt im kontext präsenz digital würde mich auch mal eure meinung zu fern unis interessieren ja also das fernstudium hat natürlich seine berechtigung würde ich sagen insbesondere für menschen die eben nicht in einer präsenzuni teilnehmen können oder wollen aus verschiedensten gründen ich meine aber dass die erfahrung zeigt dass reine online studiengänge doch zu höheren abbruchquoten führen weil man nicht so sozial eingebunden ist wie man das ist wenn man einer präsenzhochschule studiert ja ich kenne es die genauen zahlen von der fern und die hagen zum beispiel nicht aber es bedeutet natürlich einen größeren anspruch an die persönliche disziplin wenn man in einen online kompletten online studiengang eingebunden ist als wenn man vor ort lokal mit anderen studis zusammenarbeitet und so weiter und die physische präsenz hat ja noch einige vorteile gegenüber der online virtuellen online präsenz nämlich dass man gemeinsam an materialien arbeiten kann beispielsweise und auch unmittelbarer miteinander also in der mathematik zum beispiel auf dem blatt papier da gemeinsam formeln entwickeln so das ist einfach noch mal eine andere art des unmittelbaren zusammenarbeitens als wenn ich das ganze auf einem interaktiven whiteboard mache online und alle sitzen irgendwo verteilt und unterhalten sich über audio channel weiß nicht wie du das siehst ja würde ich so ähnlich sehen als es es hat ein präsenz studium bringt irgendwie eine andere verbindlichkeit mit und also ich am ende klar kann man das auch natürlich sehr viele sachen sich auch in einem selbst studium beibringen oder eben über asynchrone interaktions geschichten oder eben über synchrone sachen die nicht so super unmittelbar synchron sind sondern eben mit so einem ja auch wenn es nur 500 millisekunden mehr die sind als wenn man direkt zusammen in einem raum sitzt aber genauso dieses dieser dieser soziale aspekt dieses soziale gefüge das ist in einem online studium glaube ich viel schwieriger gut abzubilden oder das braucht einfach viel 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 mehr aufwand das eben einfach gut zu machen also in der online welt ein community building zu machen eine lerngruppe zu bilden die sich dann auch eigenständig organisiert und irgendwie von sich aus selbst regelmäßig trifft ist glaube ich viel schwieriger als wenn man gemeinsam an einem campus studiert und sagt er pass auf jeden montag um drei treffen wir uns da hinten in dem café und holen uns erst mal ein schönes heiß getränkt und dann setzen uns hin und überlegen mal was wir hier noch für die woche gemeinsam vielleicht für lehrveranstaltungen vorbereiten müssen oder was wir jeweils noch so für offene fragen aus der letzten woche haben und wie wir uns da gegenseitig unterstützen können natürlich müssen wir aber trotzdem natürlich auch in unserer präsenzlehre eben wenn wir hybride formate haben und so weiter auch diesen teilnahmemodus in irgendeiner form berücksichtigen und da will ich in zukunft auch stärker einsteigen mit zu überlegen wie ich da studie ist jetzt nur online zusammenarbeiten können oder nur online teilnehmen können aus unterschiedlichsten gründen gibt ja immer solche personen die nicht kommen können wie man doch auch eine umgebung schafft so dass die motiviert sind sich tatsächlich auch online miteinander zu treffen und mathematik zu machen und fragen zu stellen und so weiter dass sie sich auch eingebunden fühlen obwohl sie nicht präsent vor ort sind definitiv schwierige sache ja und ich meine dann ist es glaube ich wirklich eine sehr interessante sache was für einen kanal man dafür benutzt und ob und wie der dann so gut auch zu den anderen zu der anderen digitalen arbeitsweise der personen passt ja und die meisten unisysteme ebenso land management systeme die sind dann ziemlich künstlich und und da muss man sich erst mal einloggen und dann funktioniert auch nicht so gut auf mobilen geräten weil das alles nur auch so aus dieser online welt der sagen wir mal frühen 2000er jahre stand irgendwie so alles große webseiten eigentlich nur im browser gut zu bedienen und ja und dann ist eben die frage also benutzt man kam kriegt man das jetzt alles auf sowas wie discord abgebildet kriegt man das alles in einer whatsapp gruppe in einem telegramm kanal abgefrühstückt das ist das ist schwierig und also das hängt wahrscheinlich auch sehr von den vorlieben der leute selbst ab genau also ich meine was wir natürlich nicht machen dürfen ist aus datenschutzgründen sagen jetzt alle lernenden die geht jetzt mal nach whatsapp und so weiter deswegen sage ich auch immer also ich habe immer die hochschulplattform als die standard plattformen die sozusagen allen zur verfügung stehen da sind alle inhalte zu finden ich biete bei den studis an pass mal auf ich weiß oder ich frage meine studie ist wo agiert ihr denn normalerweise und viele sagen ja wir haben da whatsapp gruppen eingerichtet und so und dann biete ich meinen studis an und sagt passt auf whatsapp ist keine pflicht natürlich klar aber ich weiß auch ihr benutzt whatsapp gruppen und so weiter wenn ihr wollt dann dürft ihr mich gerne auch in eure whatsapp gruppen einladen dann komme ich da gerne dazu und beantworte euch dort fragen ja aber alle die das nicht machen wollen das war ja kein problem also hier gibt es mutig hier gibt es das forum und so weiter das alles von der hochschule zur verfügung gestellt also sozusagen optionale möglichkeit mich auch auf anderen kanälen zu kontaktieren und beispielsweise ja um hilfe zu bitten oder so ja und also der nervös nullpointer schreibt noch das hat viel mit der umgebung zu tun und dass er in präsenz seminaren persönlich besser mitdenken kann ja bestimmt also man ist in präsenz leicht ist man dann tatsächlich etwas fokussierter und das hinkt aber bestimmt auch total von der person ab also ich kenne auch viele leute die gesagt oder was heißt viele ich kenne einige leute die gesagt haben sich mit irgendwie mehr als zehn leuten in einen raum zu setzen ist für sie die hölle ja weil also weil sie weil sie dann eher abgelenkt sind also sie sind eher fokussierter wenn sie sich irgendwo zu hause oder in einen raum still hinsetzen können und irgendwie über einen blitzschirm einer sache folgen können also dass leute in der umgebung sie eher ablenken ich meine so online lehre hat ja manchmal auch ein bisschen was mit mit inklusion und barrierefreiheit zu tun man hat ja auch leute die irgendwie schwer hören können oder die die so super krasse hörgeräte haben und dann ist das schwierig sich eben in einem großen raum genau auf eine person zu fokussieren ist viel einfacher wenn man dann eben hat auch früher in präsenz seminaren häufiger so ein mikrofon getragen nicht weil es ein paralleles zoom meeting oder stream gab sondern für leute die dann hörgerät hatten ja oder wenn man irgendwie schlecht gucken kann dann kann man sich das auf einem beliebig großen bildschirm in sehr großer schrift irgendwie anzeigen lassen also ich glaube dass mit dem das ist so ein persönliches empfinden dass sich manche leute eben in präsenz mit anderen leuten im raum dann besser auf was oder oder also vielleicht denken die anderen leute ab aber zumindest im präsenz seminar besser fokussieren können ich merke das bei mir selber wenn ich jetzt also vielleicht nicht gerade als workshop leiter aber wenn ich in irgendwelchen anderen zoom sachen bin ein vortrag oder irgendwie also selbst ein bisschen interaktivere formate zu hause und dann klingelt eben der postbote und man wartet auf ein paket schon seit einer woche dann kann das in dem zoom meeting gerade noch so wichtig sein wie es will dann geht man eben zur tür und lässt den postboten rein oder holt das paket ab und das würde man eben klar in einem präsenz ding nicht machen also dass man da ja mit dem fokus ist glaube ich sind zweischneidiges schwert aber ich und und hängt sehr viel von persönlichem empfinden ab aber ich kann das kann das ein bisschen nachvollziehen und creaversity schreibt ja noch was zu so gather town da gibt es ja noch so wonder me und spatial punkt chat so diese plauder plattformen wo man meistens in so einer 2g welt sich so ein avatar zusammenbastelt oder eben einfach ein foto hochlädt das dann der avatar ist und man kann so ein bisschen rumlaufen und wenn eben leute dicht gesucht dicht genug beisammen stehen dann gibt es wie so eine kleine videokonferenz im prinzip wie so ein breakout raum in zoom und man kann sich unterhalten und man kann dann auch wieder einen kleinen bildschirm freigeben und so sachen machen so was haben wir habe ich zum beispiel für jetzt nicht nicht exklusiv für lehrveranstaltungen genutzt aber für die die gemeinsamen kaffeepausen in mathematik vorkurs und da fand ich das zum beispiel sehr gut also einfach weil das so eine sehr intuitive und niederschwellige art ist so breakout räume zu bilden ja ich meine in sohn kann man ja auch wie sagt man macht einen breakout raum kaffee und dann macht man einen breakout raum tee oder man hat einen kaffee mit milch und kaffee ohne milch oder sowas und dann können sich ja leute schon mal so ein bisschen zumindest so vorlieben mäßig irgendwie in irgendwelche räume einfinden und und dann versuchen miteinander zu sprechen aber dieses dieses ich laufe mal so rum ja da ist jemand anders mit in dem raum der die person sieht irgendwie interessant aus dann gehe ich mal hin und kloppt dann kloppt eben so eine videokonferenz blase auf das ist natürlich schon cool und was wir mal ausprobiert hatten ich weiß nicht ob das noch geht und ob das noch gibt ist laptops in space das war auch so eine internetseite da ist man drauf gegangen und hat auch ein kleines profilbild von sich hochgeladen und dann war man wie ein laptop im weltraum konnte so in einer 3d welt rumschweben und auch wenn dann leute dicht genug beisammen standen dann konnte man eben bei dem anderen auf den laptop bildschirm schauen jeweils und konnte das gesicht der anderen person sehen und die eben hören und mit ihr sprechen und dann gab es da weiß nicht wie so ein iglu kann ich mich erinnern oder irgendwelche anderen sachen und da konnte man eben auch sagen lass uns mal da und dort da hinten treffen ja und für dieses wonder me und spatial chat habe ich dann für den mathe vorkurs jeden tag gab es eine kaffeepause und habe ich dann jeden tag irgendwie ein anderes hintergrundbild hochgeladen und wie den grundriss von der wohnung den fußballfeld auch ein campus plan da konnte man wie so eine virtuelle campus führung machen also da kann man auf jeden fall definitiv schon coole sachen machen aber es ist wie ich sage es ist eben anders und es ist trotzdem aufwendig also wenn man das macht finde ich trotzdem mehr aufwand als wenn man jetzt einfach so sagt wir treffen uns und machen eine campus führung flindetime hat noch mal gefragt thema datenschutz wie steht es da um twitch also was also ich kann mal aus meiner sicht sagen also natürlich alles das alle diese plattformen setze ich nicht obligatorisch ein im sinne von dass man daran teilnehmen muss oder so es gibt die präsenzveranstaltungen es gibt die lernung management systeme die von hochschule zur verfügung gestellt werden das ist so dass das grundsättigen einer lernveranstaltung alle studierenden haben dort zugriff auf alle materialien und so dass ich jetzt parallel noch stream ist und add-on für all die die lust haben und auch da rein wollen und so weiter auch für externe die mit zuschauen wollen aber es ist kein muss und wer da jetzt nicht in twitch reingehen will und sich das anschauen will da kann sich später auch das video anschauen das auf youtube stelle okay aber ich kann ja auch auf eine andere plattform stellen auf eine hochschule plattform also ist niemand gezwungen da irgendwie bei den us-amerikanischen konzernen irgendwie tätig zu werden oder sich da ein account zu holen oder sonst irgendwas was auf keinen fall sondern es ist mehr so ein add-on bei in meinem fall jetzt so dass man ja die die das möchten und auch auf den plattform unterwegs sind dass die da zugriff haben also wie siehst du das matthias ja sehe ich im endeffekt recht ähnlich ich meine soweit ich jetzt twitch verstanden habe kann man ja auch in einem anonymen browser tab komplett ohne einen twitch account unten login sich so ein stream anschauen man kann dann eben nur nicht in anführungszeichen über den chat interagieren spitzens dafür braucht man dann irgendwie irgendeine art von account und ja also die eigene erfahrung sagt eben also ich habe auch viele videos von mir früher in letzter zeit mache ich das nicht mehr so bei auch auf unsere mediasite das ist eben so ein hochschul internes aber trotzdem öffentliches oder zumindest kann man videos dort auch auf komplett öffentlich stellen hochgeladen parallel zum upload bei youtube und dann ist das eben so naja bei youtube hat so ein video sag mal nach einem jahr ein paar hundert aufrufe und auf dieser media zeit hat das eben so drei und dann ist es zwar nicht weil man sich das da ganz datensparsam anschauen kann dieses video aber das offensichtlich ist das jetzt nicht 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 so der hauptfokus also naja ich meine das datenschutz thema kann man kann man sehr vortrefflich diskutieren auch weil man jetzt natürlich dadurch dass man bei twitch unterwegs ist natürlich auch das geschäftsmodell dieses konzerns irgendwie unterstützt ja ich meine bei youtube genauso aber also gleichzeitig hat man da eben auch ein publikum schon vor ort und auch wenn man da jetzt nicht wäre als als lehrperson wären ja irgendwie trotzdem andere leute da und würden was machen und dann weiß ich nicht also mach mal ich sehr gesagt mal so bevor jetzt irgendjemand anders irgendwie da komisch elektrotechnik erklärt bin dann lieber ich da und erkläre elektrotechnik also so wie zumindest ich das für richtig halte bei 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 so politischen themen kann es bestimmt noch noch viel diffizierter diskutieren ist ist wirklich ein schwieriges thema ich meine wir überlegen in magdeburg hier noch so neben unserer mediasite die so vom system her ich sag mal auch ein bisschen outdated ist und nicht so zu unserer ganz modernen aufzeichnungstechnik passt an opto zu beschaffen was ja auch so ein streaming video on demand video plattformen denkst ist was dann was man hochschulintern hosten kann oder was zumindest auch über die cloud so gehostet werden kann dass es viel datensparsamer ist aber da muss man auch mal schauen wie das dann so von der also von der usability am ersten test sieht das ganz gut aus aber wie also usability als lehrperson ist ja auch interessant und wichtig aber wie das dann aus studierendensicht aussieht und wie das schöne sprichworte sagt ne der der köder muss dem fisch schmecken und nicht dem angler ich weiß es nicht müssen auch mal schauen was da so bei rauskommt aber ich meine diese ähnliche debatte haben wir jahrelang jetzt in der pandemie geführt mit zoom versus big blue button oder sozusagen zoom versus andere videokonferenz tools wie meinetwegen jitsi und da muss man eben auch sagen zoom ist einfach so von der stabilität von der usability vom funktionsumfang einfach eine eigene nummer ne also das ist einfach so viel besser alles an als alles andere dass man sich dann in anführungszeichen es klingt jetzt so sehr hart nur wegen des datenschutzes sich eben das nicht unbedingt antut dann was im big blue button zu machen wobei zum ja mittlerweile auch die zoom x variante hat in kooperation mit der telekom also das wird dann in server in deutschland oder in der u gehostet und so weiter ist hat man sozusagen auch reagiert da ich meine klar die datenschutzdiskussion geht natürlich auch nicht an so einem unternehmen wie zoom vorbei strawberry nate hat gerade noch den anwendungsfall von twitch erwähnt das lernende gemeinsam co-learning machen also das hat man jetzt auch bei mir eine discord community vorgeschlagen discord dass man da auch mal einfach co-learning macht was dass man sich einfach parallel synchron online schaltet und gemeinsam lernt vor sich hin lernt sozusagen das ja genau da gibt es ja auch so ganz viele study with me formate den könnte ich jetzt persönlich noch nie so wahnsinnig viel abgewöhnen aber abgewinnen aber wenn wenn das also wenn das leuten hilft warum nicht ne das ist auch wieder sowas sehr individuelles und ich meine der nervous null pointer schreibt noch ja das ist auch jemand mal gab der so bei erwachsenen webseiten auch durchaus sehr vortreffliche zugriff zahlen erreicht das kann ich mir auch gut vorstellen und mit dem getter town ja also es gibt ja noch dieses mozilla hub zum beispiel das ist ja noch mehr so 3d welt als jetzt irgendwie video konferenz plattform als gibt schon sehr coole dann auch ja virtual reality sachen wo man eben sowas wie virtuelle messen virtuelle poste ausstellungen abbilden kann aber auch da würde ich behaupten dass es da geht super viel das ist auch sehr cool also lebt bestimmt auch von einem großen neuigkeitseffekt ja dass man sowas eben zum ersten mal sieht und dann irgendwie das spannend interessant findet relativ unabhängig davon was da dann für inhalte passieren aber dass es auch aufwendig ist das gut zu machen also zumindest als lehrperson sowas einzurichten sowas zu zu organisieren zu administrieren also ich habe das eben in der pandemie lange genug und viel gemacht und genutzt genau solche sachen und es als ich es es war alles immer sehr zeitaufwendig das eben gut zu machen definitiv mir ist ein anderer anwendungsfall für twitch eingefallen der mir irgendwie sehr in die karten spielt und zwar habe ich früher immer so zwei unterschiedliche modi gehabt in denen ich videos für den wörter glasroom erstellt habe nämlich einmal im hörsaal also ja im hörsaal vorm auditorium und einfach live mit aufgezeichnet und dann das video online gestellt und der zweite fall war zu hause am rechner für mich keine ahnung mit bildschirmen auf video aufzeichnungsprogramm und whiteboard und so und diese videos waren immer relativ dröge weil ich was der da die wo du nur allein da sitzt ja ja ohne publikum und wenn du im hörsaal stehst und publikum hast dann redest du erst mal ganz anders weil du natürlich auch interagierst und du greifst die ganzen sachen auf und das spürst du die energy und jetzt habe ich und du kannst aber nicht alle videos im hörsaal aufzeichnen weil du musst auch mal lösungsvideos oder sonst irgendwas videos für aufgabenlösung auch mal zu hause machen und das mache ich jetzt auf twitch die zeichne ich eben so auf dass ich auch nicht einfach nur vorrechnen oder so sondern dass ich mit den leuten die in twitch da sind interagieren hier habe ich eine aufgabe lasst uns die mal gemeinsam lösen wer hat eine idee wie könnten wir anfangen und so weiter um so auch so ein interaktives video zu erstellen was ich aber dann zu hause aufzeichnen und dann mein studie zur verfügung stelle als lösungsvideo für eine aufgabe und damit demonstriere ich gleichzeitig auch mehr so ein weiß nicht so den auch den lösungsprozess und vielleicht ist auch mal eine sackgasse dabei oder ein fehler oder und es lasse ich alles geschehen sozusagen um dann am ende den gesamtprozess auch als video aufzuzeichnen und das ist glaube ich cooler als wenn man sich einfach hinsetzt und so ein lösungsvideo aufzeichnet ja absolut und ich meine da lernen wir jetzt ja vielleicht als hochschulen und als lehrpersonen von dem was man ich sag jetzt mal so im fernsehen schon seit 20 30 jahren weiß also gibt gibt ja viele fernsehshows die schon von einem live publikum aufgezeichnet werden also ich sag jetzt mal so typische late night shows ja wo dann irgendwie 100 200 leute in irgendeinem studio sitzen aber die der der moderator der host guckt eben trotzdem eigentlich die ganze zeit in die kamera und nicht ins publikum weil die show natürlich für ein fernsehpublikum aufgezeichnet wird ja oder meinetwegen für ein für ein stream für ein online publikum aber dieses live publikum vor ort natürlich trotzdem hilft irgendwie so eine ja so eine resonanz atmosphäre zu schaffen ja und das ganze irgendwie spannend interessant zu machen und ich meine ganz viele musiker sagen ja auch dass es total schwierig ist in einem studio irgendwie gut was aufzuzeichnen dass eben live alben nicht umsonst immer irgendwie oder in vielen fällen schöner besser sind also vielleicht von der audio qualität her eben nicht ganz so super gut wie man es im studio aufzeichnen würde aber dass das trotzdem eben eine ganz andere atmosphäre hat also auch wenn man das publikum nicht die ganze zeit im hintergrund irgendwie brüllen hört aber dass musiker künstler innen eben anders agieren und performen wenn es da publikum vor ort gibt und wenn es eben diese interaktion gibt und also genau das gleiche sehe ich auch für für lehrpersonen ist eben auch wie interessant also klar wir haben natürlich nicht so nicht nicht so viel unterstützung an hochschulen um jetzt irgendwie lehrveranstaltungen aufzuzeichnen und in vielen fällen sind wir so eine one man oder one women show die das dann macht und sich gleichzeitig eben um technik um aufzeichnung um schnitt um veröffentlichung und um diesen ganzen kram kümmert aber ja spannend dass wir jetzt eigentlich das lernen was man glaube ich so im fernsehen schon seit jahrzehnten weiß oh ich war wieder gemutet sorry danke okay danke danke ich war gemutet ab und zu schenke ich mir halt hier irgendwie getränk ein und dann will ich nicht dass das ein geschenk geräusch da drauf ist und so ne ja okay was wollte ich sagen die der die der dritte pädagoge genau der sie hat gesagt genau darauf hingewiesen dass es total wichtig ist den raum weise zu gestalten weil der eben als der so und so viele pädagoge auch mitwirkt und dass da schon viel zu erwarten ist von 2d oder 3d welten die da auf uns zukommen weil man da eben physisch analog zum realen raum seine lernumgebung gestalten kann und lernräume zur verfügung stellen absolut also da da bin ich sehr dabei der der punkt ist eben dass das jetzt nicht so also ich ich habe weder als fernstudent mal irgendwie studiert sondern eben auch in präsenz und ich sag mal zu der zeit zu der ich studiert habe also gab es definitiv das internet schon es gab auch schon dsl und ich kenne auch noch irgendwie istn und modem verbindungen alles sehr langsam aber das hat sich ja doch dann in den letzten jahren danach noch mal viel rasanter und intensiver entwickelt also in meiner studienzeit war es eben schon eine ausnahme wenn man einen laptop hatte und mit dem irgendwie zur uni gekommen ist um dann vor ort meinetwegen online irgendwie auf lernmaterialien zuzugreifen und irgendwie was mit video zu machen und so das war damals alles noch nicht so richtig greifbar aber als als fernstudent studentin sehe ich diesen punkt absolut aber ich hätte jetzt so keine keine lösung parat oder kein tool also ich weiß ich mozilla hubs fällt mir jetzt ein rec room gibt es es gibt noch so ein paar online tools wo man so mit einem avatar 3d mäßig im prinzip so ein bisschen wie in einem first person shooter durch den raum laufen kann bloß dass man eben nicht schießt sondern sondern im idealfall lernt oder irgendwie dann trotzdem mit der umgebung interagiert aber also ich glaube da könnte man bestimmt so wie ich gerade gesagt habe wir könnten als hochschulen eben was vom vom fernsehen lernen oder von der produktion von fernsehshows in dem fall könnte man bestimmt super viel von spielen lernen oder von meinetwegen sowas wie minecraft das wäre jetzt so die plattform die mir da einfallen würde ich ich baue mir eben virtuell eine lernumgebung um mich rings rum die die mir eben gut gefällt und wo ich also genau dieses ich pack ein sichtbares objekt in den raum und es ist eben nicht eine datei in einem unterordner also weil weil ja glaube ich auch so wie wir menschen ticken da gibt es ja auch für wenn man sich etwas merken will ähm und und so gedächtnistraining macht ähm da hatten wir auch mal ein vortrag äh zu in magdeburg im rahmen von einem von einem kinderuni event hier wo jemand erklärt hat wie man sich dann irgendwie indem man einen fahrt am körper lang oder irgendwie ein fahrt durch die wohnung durch einen raum ähm sich eben supergut sachen merken kann aber auch nicht glaub also da so tickt einfach unser gehirn dann in so einer 3g welt zu leben und ähm dann immer nur alles eben sehr künstlich auf einem bildschirm zu haben ähm ist damit sicher auch nicht toll und ich glaube wo viele studis in der corona zeit so ein bisschen daran verzweifelt sind ist dass eben jede lehrveranstaltung also wenn man wenn man wirklich an allen sachen online teilgenommen hat ne dass dann gefühlt eben alles gleich aussah es war immer das gleiche zoom fenster man saß immer in dem gleichen raum man hatte überhaupt keinen keinen kontext rings rum im sinne von in der lehrveranstaltung steht es in einem sehr großen hörsaal und in der veranstaltung bin ich in einem sehr kleinen familiären seminar raum und da bin ich in einem labor und da bin ich irgendwie da und dann wechsle ich mal die gebäude sondern ist es sah eben alles gleich aus also jetzt wieder du bist wieder im jude du bist wieder im jude steht hier scheiße mein gott danke 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 ja okay also ich dass jetzt einfach an ja lass es einfach an ich glaube auch besser 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 genau einen faden würde ich gerne aufgreifen den wir vorhin so ein bisschen angestoßen hatten nämlich wir sind dort wo die leute sind also auf social media und da geht es nicht um twitch sondern auch tik tok und instagram und so weiter da tummeln sich ja alle möglichen leute auch schwurbler und fake news verbreiter und wissenschafts leugner und so weiter und ich halte es für ganz wichtig dass wir als wissenschaftler innen auf diesen plattformen aktiv sind und dort auch wissenschaftliches wissen einbringen wissenschaftliche position beziehen und so weiter und das kannst du natürlich nur wenn du auf den massen plattformen bist dass das kannst du nicht machen auf auf plattformen die wurde nur fünf sechs zehn leute unterwegs ist sondern da musst du eben in TikTok, Instagram und Twitch und so weiter reingehen und präsent sein auch. Sonst überlässt man die Plattform, wo so viele Menschen sind, denjenigen, die mit irgendwelchen Intentionen eben versuchen zu manipulieren oder Fehlinformationen zu verbreiten und so weiter. Genau, wobei man natürlich ein bisschen schauen muss, also mit gewissen Leuten, glaube ich, lohnt es sich einfach absolut nicht zu diskutieren und manche Plattformen sind einfach so kaputt, dass es sich, glaube ich, nicht mehr lohnt, überhaupt den Versuch zu wagen, da irgendwie auch nur ein ganz bisschen Gegencontent zu erzeugen. Also, keine Ahnung, Truth.Social ist bestimmt, da muss man jetzt nicht hingehen, um versuchen, irgendwie die Welt zu verbessern. Und ich weiß nicht, also Twitter ist, funktioniert für mich tatsächlich immer noch relativ gut, weil ich eine relativ umfangreiche Blogliste habe und auch tatsächlich nur Sachen lese von Leuten, denen ich aktiv folge. Also, ich habe keinen Feed, wo mir irgendein Algorithmus einfach irgendwelche Sachen reinspült, weil dann ist nämlich tatsächlich schon eine ganze Menge Schrott dabei oder wäre eine ganze Menge Schrott dabei. Aber, ja, und bei TikTok bin ich zum Beispiel auch nicht unterwegs, weil mich so dieses ganze Geschäftskonzept, dass ich da also mit chinesischer Firma und so im Hintergrund auch tatsächlich ein bisschen, ein ganz bisschen suspekt finde und ich sonst eben sehr viele Plattformen bespiele und mir gesagt habe, okay, das klammere ich jetzt mal für mich irgendwie aktiv aus. Aber ansonsten, ja, sehe ich das recht ähnlich. Und das, also, ja, zumindest bei Blue Sky gibt es so ein bisschen ein Hashtag Laute Wissenschaft. Da bezieht sich jetzt nicht nur Social Media Präsenz drunter, sondern eben auch ansonsten irgendwie ein bisschen laut sein für Dinge, für die es sich lohnt einzustehen als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin. Und ich glaube, das muss man auch ein bisschen machen. Und das ist natürlich dann auch eine Form von, im Prinzip, sehr niederschwelliger Wissenschaftskommunikation oder es ist eine Form von Wissenschaftskommunikation. Ich meine, das ist eben auch sehr vielfältig und das ist manchmal auch, man schreibt zu einem Thema wirklich nur einen 160-Zeichen-Beitrag auf irgendeiner Social-Media-Plattform. Unglaublich. Wir haben eine Plattform gefunden, auf der du nicht bist. TikTok. Und StrawberryNator schreibt auch, ist absolut nicht mein Fall. Genau. Also wir hatten nämlich vorhin ein bisschen gefrotzelt, dass ich, als ich jetzt auf allen Plattformen den Stream heute Abend angekündigt habe, überrascht war, dass Matthias auch auf allen Plattformen ist und ich ihn jeweils immer verlinken konnte. Weil man mich überall vertinken konnte, genau. Ja, genau. TikTok habe ich tatsächlich nicht gepostet gestern, aber das wäre sozusagen auch noch eine Variante gewesen. Da hätte ich dich dann nicht gefunden oder hätte ich es gemerkt. Genau. Also ich bin tatsächlich jetzt auch seit einem halben Jahr auf TikTok und zwar aus folgendem Grund. Dort werden die Jugendlichen, dort sind die Jugendlichen und dort werden die zukünftigen Studierenden sein. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, ja. Also ich, die Sache ist, also Twitter, sage ich jetzt mal so, wo ich eben so mit meiner Social-Media-Historie herkomme, war eben hauptsächlich mal eine textbasierte Plattform. Ja, also da hat man eben kurz Nachrichten geschrieben, so wie man früher eben irgendwie eine SMS geschrieben hat und da kam ja erst relativ viel später dazu, dass man da eben auch Bilder einfügen konnte, dass man Umfragen einfügen konnte, dass man Situationen machen konnte, dass man Videos einbinden konnte. Und Instagram ist eben was, was irgendwie so eine klassische Bildplattform ist und TikTok ist eben was, was aus meiner Sicht zumindest so, wie ich da drauf gucke, ein reines Video-Format ist. Und ich tue mich zumindest persönlich hier und da schwer, eben jede Nachricht, die es gibt, sofort in ein Kurzvideo zu verpacken, das in Hochkant zu filmen und da irgendwie hochzuladen. Aber ich, also ansonsten bin ich da bei dir, ja. Aber das ist die Zukunft. Also, na, auf Instagram merkst du es ja auch. Auf Instagram entwickelt sich ja auch immer mehr vom Bild-Medium zum Video-Medium. Also Reels ziehen einfach unglaublich gut. Stories, die auch Videos oftmals, Videocontent oftmals sind. Und, na, das ist natürlich das Konzept von TikTok letzten Endes, wo man nur Videos hat oder überwiegend Videos. Und ich glaube, wir sollten auch als WissenschaftlerInnen früher oder später das zu unseren Routinen machen, dort präsent zu sein und kurze Videoclips auch mit wissenschaftlichen Inhalten zu präsentieren. Also, in der Politik ist es ja ähnlich, ne. In der Politik ist es so, Parteien wie die AfD sind sehr stark auf TikTok vertreten, ne, weil die wissen, okay, da können wir irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen, da können wir, keine Ahnung, Menschen für unsere gewinnen und zu wählen und so weiter. Und jetzt kommen die anderen Parteien und sehen, ah, okay, es ist wichtig, da auch hinzugehen, ne, Karl Lauterbach ist auf TikTok und was weiß ich. Also, die anderen Parteien ziehen jetzt so ein bisschen nach. Und genauso würde ich es auch sehen, ne. Also, wir müssen als WissenschaftlerInnen auf diese Plattformen gehen, denn wenn wir dann in den Streams und die For-You-Pages und so weiter auftauchen von Menschen, dann kommt eben zwischen den ganzen Kosmetik-Inhalten und Lifestyle-Inhalten und sonstigen Inhalten auch hier und da mal ein kleines Wissenschaftsvideo mit irgendeinem, so, ich mache Mathematik, mache ich so Sachen wie Kopfrechen-Tricks oder so, ne. Und das kommt natürlich, denke ich, auch ganz gut und man ist dann immer auch präsent und, ja, beeinflusst natürlich so ein Stück weit auch den Content, der bei Menschen dann auch angezeigt wird. Genau, aber, also, ich sehe den, was StrawberryNator schreibt und es gibt oben noch ein paar Sachen mit einladen, da müssen wir nachher nochmal kurz irgendwie was zu sagen. Also, diese Grenze zwischen, sehr schön formuliert ernst in der Kommunikation und, also, lächerlich machen, finde ich, passt schon ein ganz bisschen hart formuliert, aber, also, ich glaube, es muss eben in jedem Fall trotzdem authentisch bleiben. Ja, das ist so ein Wort, was ich verwenden würde und ich, also, ich glaube, der Punkt ist eben, dass man auch erstmal lange genug auf einer gewissen Plattform sein muss, um zu verstehen, wie diese Plattform so ein bisschen tickt. Tick-Tock, genau. Und das ist, ja, also, den, den Grad finde ich auch relativ schmal tatsächlich und ich glaube, so ein Punkt ist, dass, ähm, also, Facebook war ja früher, also gut, ganz früher gab es mal noch StudiVZ, aber das klappen wir jetzt mal so ein bisschen aus, ja. Aber das ist natürlich vor nicht allzu langer Zeit Facebook mal so, dass die Plattform war und dann, also, dann war, da waren auch junge Leute bei Facebook und irgendwann waren aber auch deren Eltern da und dann haben junge Leute gesagt, nee, ich will aber nicht auf einem sozialen Medium sein, wo auch irgendwie meine Eltern unterwegs sind oder wo Leute unterwegs sind, die meine Eltern sein könnten, selbst wenn es vielleicht nicht mal die eigenen Eltern sind. Ne, also, sind die jungen Leute irgendwie weitergezogen zu Instagram und ich meine, jetzt sind so, also, bei Instagram, da ist ja wirklich viel los und da ist auch, ähm, von, ich poste private Urlaubsbilder bis ich veröffentliche was irgendwie in so einem semi-professionellen Kontext, ist ja auch dabei. Und, ähm, also, bei Instagram ist zumindest auch meine Generation der 30, 40-something, ähm, irgendwie mittlerweile würde ich sagen, auch schon ganz gut vertreten und ich, ich könnte mir vorstellen, dass eben jetzt so, ähm, aktuelle Kinder und Jugendliche sagen, nee, da ist mir auch, da ist mir auch schon zu viel Old People Netzwerk, äh, da gehe ich jetzt nicht hin, ich, ich gehe eben zu TikTok, ähm, und ich glaube, dass es, also, vielleicht ist das wegen dieses Videoformats, vielleicht ist das aber auch im Sinne von, was sind da sonst so für Leute auf diesem Netzwerk unterwegs und dieses, das, dieser Videofokus ist gar nicht so entscheidend. Und, also, vielleicht, vielleicht, wenn wir jetzt irgendwie, oder wenn mehr Old People in Richtung TikTok gehen, dann sagen eben vielleicht auch die jungen, hippen Leute bei TikTok, ähm, nee, ich, jetzt gehen wir ja zu, weiß nicht, zu Snapchat oder wo, wo, also, wir, wir suchen uns wieder irgendwie ein anderes, ähm, neues, hippes, junges Netzwerk, wo erstmal wieder nur junge, hippe Leute unterwegs sind und eben nicht, ähm, alte Leute, die uns irgendwie was von Wissenschaft, äh, erzählen wollen. Das würde mich mal interessieren, weil, gibt es da tatsächlich Untersuchungen dazu, also sind die jungen Leute von Facebook weggegangen, weil da dann auch die alten Leute waren, oder sind die zu Instagram gegangen, weil das einfach das Werkzeug war, das eher ihren Nutzungsbedürfnissen und so weiter entsprochen hat? Aber, das würde mich mal interessieren, ne, also, fliehen die vor den Alten, die nachziehen, oder, ähm, schreiten die sowieso voran, weil eben neue Plattformen eben die Nutzungsbedürfnisse von Jugendlichen eher erfüllen? Würde mich interessieren, ne, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Studien kennst oder so, aber das, äh. Also, in Bezug zu Facebook meine ich das mal, ähm, irgendwo gelesen zu haben in einem längeren Artikel, ähm, ich kann mir das in gewisser Hinsicht, erscheint mir das zumindest so plausibel. Vielleicht ist es aber auch irgendwie so eine Urban Legend. Äh, ich meine, ansonsten würde ich ja sagen, wie ich sage, ne, also Twitter ist mehr textbasiert, Instagram ist irgendwie originär mehr fotobasiert und TikTok vielleicht mehr videobasiert. Ich meine, ansonsten kannst du ja bei Twitter mittlerweile auch problemlos irgendwie Videos hochladen. Und ich meine, Twitter hat ja auch mal sowas, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das genannt haben, die hatten ja auch mal für eine kurze Zeit, so für ein paar Wochen oder paar Monate hatten die ja auch mal sowas wie Storys, ja, so dass man, ähm, da auch sowas, was oben viel Platz weggenommen hat, äh, und dann eben nur einen Tag sichtbar war. Und ich meine, ähm, ne, YouTube hat jetzt auch mit Shorts eben das, was bei Instagram real ist. Also ich glaube, was eben gut funktioniert jetzt so vom, vom Inhaltstyp her, das übernehmen dann, ähm, soziale Netzwerke oder Plattformen auch, äh, ziemlich schnell in das eigene Portfolio, einfach um dann das Nutzerinnen schmackhaft zu machen. Danke, danke, Admiral Wurst, ja, ich hab, äh, ich hab aufgefasst. Ja, und ich meine, genau, der Frank Medford, äh, sagt, Twitter existiert in der damaligen Form nicht mehr, ja, im Prinzip ja, na, also bei Twitter ist eben ziemlich tot, weil da nur noch, äh, ziemlich wenig Leute aktiv sind in der eigenen Filterblase, meines Erachtens, funktioniert es immer noch relativ gut, aber mit viel weniger Interaktion als vorher. Und man sollte auf jeden Fall nicht sich irgendwie so einen algorithmisch erzeugten Feed da anschauen, weil das ist, ähm, wie, weiß ich, Linus Neumann gerade gesagt hat, ähm, Brennen und Müllhaufen und so, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Nervous schreibt, Facebook ist unheimlich unhandlich, genau, die versuchen hier irgendwie die eierlegende Bäume nicht so zu sein. Genau, das war auch mein Eindruck, sozusagen damals im Übergang zu Instagram und so, ne, Facebook ist, also ich hab noch ein Facebook-Account, ich befriende da aber niemanden mehr und so, ich benutze den eigentlich nur noch für etwas, was es auf den anderen Plattformen in dieser Form nicht gibt, für Veranstaltungen, für lokale Veranstaltungen zu gucken, wo hier in Heidelberg ist jetzt am Wochenende irgendeine Veranstaltung oder so, ne. Dafür benutze ich Facebook für sonst absolut nix mehr, ne. Ja, doch, die stimmt nicht ganz, also meine Storys aus Instagram werden automatisch auch nach Facebook gepusht, weil da sind halt auch noch irgendwie 50 Leute oder so, aber, ja, nicht wirklich. Also tatsächlich ist das mit diesen Veranstaltungen auch das Einzige, wofür ich mal einen im professionellen Kontext einen Facebook-Account angelegt habe, weil wir haben so eine Studienwerbeaktion, die nennen wir Robo Picasso, wo man so, wo wir kleine Roboter haben, die dann Leute jeglichen Alters sehr einfach und niederschwellig über so Tablets steuern können. Und dann lassen wir so eine große Leinwand rollen und da praktisch Farbe drauf verteilen, dann entstehen da sehr, sehr schöne bunte Bilder und es ist ein wunderbarer Eyecatcher und so ein Türöffner, um mit Leuten eben zum Thema Robotik und Technik und vielleicht auch irgendwie KI ins Gespräch zu kommen. Und dafür haben wir auch einen, unter dem Namen Robo Picasso, einen Facebook-Account und genau mit dem Punkt, dass man da eben Veranstaltungen eintragen kann und dann Leute sich diese Veranstaltung merken können, die sich in Kalender übertragen können, sich für diese Veranstaltung anmelden können. Das ist tatsächlich ein Feature von Facebook, was bestimmt ganz cool ist. Und ich meine, ansonsten, klar, gebe ich dir recht, also diese ganzen Plattformen, also ich sage jetzt mal, insbesondere Instagram, die schaffen das natürlich sehr gut, diesen supergroßen Funktionsumfang, den sie eben bieten. Ich kann da Beiträge hochladen, ich kann Text schreiben, ich kann die irgendwie mit einem Ort verlinken, ich kann da Leute vertaggen, ich kann Reels, ich kann Videos schneiden, ich kann in die Videos irgendwelchen Kontext reinfügen und irgendwelche anderen Inhalte reinfügen. Also ein überbordend großer Funktionsumfang, der trotzdem sehr intuitiv nutzbar ist und ohne, dass wir jemals irgendwie ein Buch oder eine gedruckte Anleitung gelesen haben, wie diese Plattformen funktionieren, können wir die trotzdem in den meisten Fällen alle relativ intuitiv und souverän bedienen. Und das ist ja was, was also keine E-Learning-Plattform schafft oder kein Lernmanagement-System schafft. Also wir haben alle irgendwie sehr umfängliche Moodle-Dokumentation gelesen, um dann mal irgendwann es zu schaffen, da eine PDF-Datei hochzuladen. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber also das ist schon krass, wie viel Dokumentation dann so andere Systeme haben und wie das dann, also da sitzen mit Sicherheit Herrscharen und ganze riesengroße Arbeitsgruppen von UX-Designerinnen hinter, die eben dann so ein Bedieninterface streamline und garantiert mit super viel A-B-Testing auch an Herrscharen von Nutzerinnen und irgendwelchen Beta-Tests und so, sowas testen. Aber also das ist ja trotzdem, ich finde das immer wieder beeindruckend, wie gut dann sowas funktioniert. Und das ist mit Sicherheit auch ein Riesenvorteil von so großen Plattformen. Wenn es um Veranstaltungen geht, gibt es noch eine Plattform, die wir auch mal erwähnen könnten, das ist LinkedIn. Also dort gibt es ja auch Veranstaltungen und ich muss sagen, ich habe LinkedIn wirklich lange unterschätzt. Also jetzt im Bereich professionellen Vernetzens sozusagen, beruflicher Vernetzung habe ich es lange unterschätzt. Ich dachte immer, das ist so ein Recruiter-System, wo halt Leute irgendwie auf Jobsuche sind und gefunden werden und so. Und im Bereich der Wissenschaft habe ich gedacht, das passt jetzt nicht so ganz. Aber ich bin so ziemlich genau zufällig, zufällig, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als ChatGPT veröffentlicht wurde, habe ich auch meine LinkedIn-Aktivitäten, habe ich mich da mal reingefunden, mal geschaut, was passiert da so. Und das hat mir also wirklich in der Zeit extrem viel geholfen, auch News zu lesen. Also dort haben viele gepostet, interessante Dinge und so weiter. Das gibt es natürlich auch auf den anderen Plattformen. Aber ich habe so den Eindruck, LinkedIn, da gibt es halt keine Trolle, weil da ist jeder mit seinem realen Namen drin. Da gibt es keinen Bullshit, der gepostet wird in diesem Umfang, zumindest wie auf Twitter und so. Sondern man hat den Eindruck, da sind sie alle brav, weil, naja, sie sind halt in ihrem professionellen Kontext, posten da im beruflichen Kontext Content, der in meiner Wahrnehmung qualitativ hochwertiger kuratiert ist als auf den anderen Plattformen. Oder gibt es auch Trolle? Also ein paar Trolle gibt es da auch, definitiv. Aber in dieser Chat-GPT-Anfangszeit, das war natürlich auch so ein bisschen die Endzeit von Twitter gleichzeitig mit Übernahme und so. Und also ich würde das auch so einschätzen, dass LinkedIn zumindest so im professionellen Kontext ziemlich gut dann die Aufgaben von Twitter übernommen hat und die Leute dann so dahin gewandert sind. Und ja, also dass bei LinkedIn das trotzdem eben so ein bisschen gestreamlined ist im Sinne von, man liest selten negative Sachen bei LinkedIn, sondern das ist immer alles so ein bisschen sehr toll und wir sind alle excited und very engaged und so. Und man spielt das Spiel ja auch so ein bisschen mit. Und was man bei LinkedIn selten liest, und das ist das, was ich an Twitter tatsächlich so ein bisschen geliebt habe, ist, wenn Leute mal so richtig über irgendwas abgerantet haben und dann vielleicht auch mit Klarnamen bei Twitter, aber vielleicht auch eben unter irgendeinem Pseudonym, das vermisse ich bei LinkedIn tatsächlich so ein bisschen, ja. Aber ich glaube, jedes soziale Netzwerk und LinkedIn hat da bestimmt so ein bisschen den Vorteil gehabt, dass dann Twitter vielleicht auch zu der Zeit so auf dem Abständen erst war. Also ich glaube, jedes soziale Netzwerk braucht natürlich so seine kritische Masse. Also du kannst das geilste Netzwerk haben mit der schönsten Usability und irgendwie, aber wenn da dann keine Reaktion kommt oder wenn du feststellst, ist eigentlich egal, was du da postest, liest eh keiner. Also vielleicht lesen es ja ganz viele Leute, aber du hast nicht das Gefühl, dass Leute lesen, weil es irgendwie keine Resonanz gibt, dann wirst du da in Zukunft auch nicht mehr so viel posten. Und also LinkedIn hat auf jeden Fall, also vor zwei Jahren hätte ich gesagt, Xing oder LinkedIn, Prinzip das Gleiche. Das eine ist ein bisschen mehr deutschsprachig, das andere ist ein bisschen mehr international. Aber Xing ist meines Erachtens komplett tot. Also so wie StudiVZ früher, da passiert im Prinzip gar nichts mehr. Und dann haben sie auch noch aus meiner Sicht total unverständlich das letzte vernünftige Feature, was es da gab, diese Gruppen abgeschaltet. Also so wie Yahoo auch mal ihre Yahoo-Groups abgeschaltet hat. Und ja, und das hat also alle, die glaube ich dann irgendwie bei Xing unterwegs waren in diesem, wie du sagst, so ich suche einen Job, ich hier so Recruiting-Kontext, die sind alle zu LinkedIn gegangen und sind da glaube ich alle ziemlich happy. Und LinkedIn hat Gruppen, was so im professionellen Kontext ziemlich gut funktioniert. Und ich, also meines Erachtens kann man LinkedIn, und wir können ja gleich nochmal auf Masse dazu sprechen kommen, LinkedIn super gut für so Sachen benutzen, wie man will eigentlich so eine Mailing-Liste haben oder man will eigentlich sowas wie so ein Newsletter haben oder so eine Gruppe, wo eben schon mehrere Leute reinposten können, vielleicht mit einer gewissen Moderation und oder auch nicht. Und man könnte das auch einfach über eine klassische Mailing-Liste machen und irgendwann müsste sich darum kümmern, dass immer da der Mail-Verteiler aktiv bleibt und aktuell bleibt. Aber dann hat man eben so diese ganze DSGVO-Geschichte auch an der Hacke mit, wer darf dann alle E-Mail-Adressen von dieser Gruppe sehen und wie und wo sind die gespeichert und sowas. Und wer darf dann wie was posten. Und ich meine so, Fluch und Segen zugleich bei den großen Plattformen, die Leute haben dann einfach, naja, ihre Seele, ihre Daten an die Plattform verkauft und die Plattform kümmert sich dann eben oder steht für alle DSGVO-Sachen gerade. Also das ist zumindest so, was ich in so, ich sag mal Vereinskontexten sehe. Da wäre das laut GSGVO ziemlich schwierig, sowas wie so ein Newsletter-E-Mail-Verteiler zu machen. Über eine Link-In-Gruppe überhaupt gar kein Problem. Ja, ich wollte dich, lustig, dass du gerade Masson angesprochen hast, weil ich wollte dich nämlich gerade fragen, untergehendes Twitter-X, was glaubst du denn, ist denn jetzt der offizielle oder der, wie soll ich sagen, hoffnungsvollste Nachfolger? Also ich weiß nicht genau, aus meiner Sicht, Mastodon ist und bleibt immer noch so ein Stück weit Nerd-Plattform, Fediverse und so weiter, ist für Leute, die natürlich die dezentrale Variante schätzen, aber das sind halt oftmals eher technikaffine, vielleicht eher nerdige Leute, die auf dieser Plattform unterwegs sind. Blue Sky, ja, macht einen ganz nicen Eindruck, nach meiner Ansicht nach. Threads hat ja extrem, hatte zum bestimmten Zeitpunkt, als sie jetzt freigeschaltet wurden oder wieder freigeschaltet wurden in Europa, extreme Dynamik gehabt am Anfang. Ist jetzt aber nach meiner Wahrnehmung auch ein Stück weit, ja, nicht eingeschlafen, aber es liegt vielleicht an mir, dass ich da jetzt nicht mehr so aktiv bin, weil, keine Ahnung, ich auf anderen Plattformen aktiv bin. Ich habe mich noch nicht so richtig entschieden, also ich bin einfach auf allen und mache Cross-Posting hoch zehn. Hast du irgendeine Einschätzung oder in welche Richtung geht es aus deiner Sicht? Also ich mache im Moment auch erstmal Cross-Posting. Früher hatte ich versucht, das so ein bisschen zu trennen. Also ich hatte, ich habe zwei oder habe immer noch zwei oder eigentlich drei Twitter-Accounts, einen für unseren Lehrstuhl, wo ich eben eher so fachliche, wissenschaftliche, technische Inhalte im Kontext Elektrotechnik eben vorgepostet habe. Dann habe ich auf meinem persönlichen Twitter-Account so sehr viel Hybridlehre, Hochschul-Didaktik-Sachen, E-Learning-Sachen gepostet und dann habe ich noch einen Twitter-Account übernommen. Den haben mal Studis von mir angelegt, um über ein Seminar zu berichten. Und damit der eben nicht verfällt und damit da trotzdem weiterhin so ein bisschen Interaktion stattfindet, lege ich den erstmal so weiter. Oder vielleicht kommen mal wieder irgendwann Studis, die so ein ähnliches Seminar zu einem ähnlichen Thema machen. Dann können die diesen Kanal gerne im Prinzip weiter betreiben, auch mit den Leuten, die dem noch folgen. Wobei das bei Twitter natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel sind. Vielleicht müsste die mal auch irgendwie auf was anderes umstellen. Naja und also Blue Sky, wenn man so ehrlich ist, hat ja im Endeffekt das gleiche Problem bei Twitter. Also wenn da mal irgendwann jemand mit viel Geld, zu viel Geld um die Ecke kommt und sagt, da ist viel los, ich kaufe das jetzt mal, um damit irgendwie meine politischen Ziele oder eine persönliche Agenda umzusetzen. Ich meine, dann ist eben Blue Sky genauso schnell weg und kaputt, wie das Twitter war. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, ist das bei LinkedIn natürlich genau der gleiche Fall. Ja und das geht bei Mastodon eben nicht. Und das ist auch total gut so. Ich meine, das Problem, was Mastodon zum Beispiel hat oder warum Mastodon für mich so nicht so gut funktioniert, ist zum Beispiel unsere Unis einfach nicht bei Mastodon. Es gibt viele Unis, die nicht bei Mastodon sind. Und ich meine, die müssten eigentlich, wenn sie schlau sind, dann müssten sie genau das checken, dass das jetzt die Plattform ist, wo wir mal als Uni, als öffentlich finanzierte Einrichtung hier irgendwie das große dezentrale Netzwerk veranbringen könnten. Ja, dass so wie die Unis, also da könnten wir jetzt hier David Lohner zu einladen, da könnte ich jetzt glaube ich irgendwie viele Artikel von ihm zitieren, aber dass so die Unis in den, sagen wir mal, 90er Jahren, frühen 2000er Jahren Deutschland einen riesen Digitalisierungsschub gegeben haben, indem sie eben allen Studis eine E-Mail-Adresse gegeben haben und plötzlich alle Leute irgendwie einigermaßen professionell über E-Mails kommunizieren konnten. Und eben, ja, klar konnte man sich auch irgendwie ein Konto bei web.de oder bei 1&1 oder so klicken, aber das sieht eben trotzdem nochmal anders aus, wenn da irgendwie so ein Unikürzel hinter steht vor der DE-Domäne, ja. Und ich meine, genau so müssten die Unis meines Erachtens alle sagen, hier, wir machen uns eine eigene Mastodon-Instanz, da können die Lehrpersonen drauf, da kann die Medienkommunikations- und Marketingabteilung der Hochschulen drauf, da können die Studierenden drauf, da kann Wissenschaftskommunikation stattfinden, da können wir hochschulinterne Kommunikation machen, hochschuleexterne Kommunikation machen und da kann man auch super sowas wie Alumni-Netzwerke drüber pflegen, ne. Also das, wo ich gerade meinte, was man auch bei LinkedIn machen kann mit diesem ganzen Nachteil, dieses ganzen Datenschutz-Hackmax, dass man dann doch die Personendaten wieder an irgendwie eine kommerzielle Plattform abgegeben hat, das könnte man alles auf einer hochschulinternen Instanz ganz wunderbar abbilden. So, und warum machen das die Unis nicht? Naja, weil die Rechenzentren alle irgendwie personell unterbesetzt sind, weil die alle keine Kapazitäten haben, sich das auch noch auf den Schreibtisch zu ziehen, weil die Rektorate das einfach nicht kapieren, was ihnen da eigentlich für ein Riesenpotenzial entgeht, also meiner Meinung nach, ne, die haben da das Internet nicht verstanden an der Stelle und weil es immer so heißt, ja, wer soll das eben moderieren? So, und das, also diesen Punkt mit der Moderation, den sehe ich tatsächlich, dass das natürlich aufwendig ist, aber am Ende kann man das ja genauso machen wie jetzt bei LinkedIn. Also, als Hochschule hat man ja die Hoheit über eine hochschuleigene Instanz und dann kann man ja gucken, dass sich da sowieso nur Leute mit der eigenen E-Mail-Adresse anmelden und dann im Idealfall auch mit einem Klarnamen, ja, oder man kann ja irgendwie, wenn ihr unter Pseudonym posten wollt, dann schreibt mal hier einen Antrag, dann könnt ihr gern sozusagen unter Pseudonym posten, und dann weiß aber wenigstens hier, oder wenn da irgendwie mal was Schlimmes passiert, dann haben wir hier einen Umschlag, wo wir nachgucken können, der bis dahin versiegelt bleibt, wo dann euer Klarname drinsteht oder so. Also, ich glaube, dieses Moderation, wir haben keine Lust auf die Moderation, ist so ein vorgeschobenes Argument wie für, wir haben einfach keinen, wir verstehen das nicht, wir haben einfach keine Lust und keine, keine Muße, Zeit und Geld in so Mastodon zu investieren. Und ich meine, die, also die Nachrichtenportale, die haben das schon erwähnen bekommen, aber meines Erachtens müssen die Unis da mitmachen. Und also, das ist so, ich kann das Geilste auf Mastodon posten, wenn ich dann einfach nicht eine Uni vertegen kann, die dann das mal irgendwie repostet, was soll ich denn dann als Mitarbeiter, als Lehrperson einer Universität auf so einem sozialen Netzwerk machen? Das ist, das kann ich auch gleich, also, da muss ich irgendwo dahin gehen, wo eben meine Uni ist. Und meine Uni ist bei Twitter und meine Uni ist bei LinkedIn und meine Uni ist bei Instagram. Sie ist leider nicht mal bei Threads. Ja, wobei, ich glaube, ist es nicht auch so, dass sowohl Blue Sky als auch Threads angekündigt haben, Fediverse konform sein zu wollen? Also, dass man sozusagen, dass sie da auch partizipieren und als Instanz sozusagen agieren innerhalb des Fediverse. Aber das ist, glaube ich, noch nicht umgesetzt, ne? Ja, und ich meine, ich glaube, dass das dann vermutlich in der Praxis dann auch immer noch mal ein bisschen schwieriger ist, als das jetzt so vielleicht auf den ersten Blick klingt, wie denn, da gibt es ein gemeinsames Protokoll und dann kann man das eben von der einen in die andere Richtung föderieren. Also, es gibt eben bei Mastodon schon einen nicht unerheblichen Anteil von Leuten, die eben sagen, wir lehnen dieses Geschäftskonzept und eben dieses ganze Konzept von Instagram und Threads und Facebook und mit eben Meta und Mark Zuckerberg im Hintergrund als Konzern so fundamental ab, dass wir eben niemals nie da irgendwie Threads föderieren würden. und das ist natürlich zu gewissen, ähm, oh, das wäre mit Chat, das ist natürlich in gewisser Hinsicht auch irgendwie nachvollziehbar bis zu einem gewissen Punkt, ähm, ja, aber ich meine, also genauso wie die Leute dann eben für ein offenes und freies Internet einstehen, ähm, sollten sie dann auch so viel, ähm, ja, weiß nicht, Rückgrat haben, zu sagen, na gut, dann, das gehört dann eben auch zu einem gewissen Teil zu einem offenen, freien Internet hinzu und ich meine, das macht ja auch an der eigenen Instanz erstmal nichts kaputt, wenn man mit der föderiert und ich meine so, also, ne, das ist so ein bisschen, wie ich jetzt sage, wie bei Twitter, also solange ich eben nur die Leute lese, denen ich folge, kann mir doch total egal sein, mit wem oder was da irgendwie föderiert wird. Ähm, selbst wenn die jetzt irgendwie komplett Truth Social zulassen würden, was ja irgendwie auch Teil des ganzen großen Masse- und Netzwerks ist und, also, wo bestimmt nicht viel sinnvolle Inhalte zu holen sind, aber wenn ich eben niemandem von dort folge, aus, ähm, guten Gründen, dann würde das ja auch in meiner Timeline überhaupt gar nicht auftauchen, ne, selbst wenn das dann Teil irgendwie dieses Netzwerkes ist. Und, also, die technischen Dinge, die ich noch so ein bisschen, weiß nicht, bei Threads kannst du ja an Beitrag irgendwie zehn Bilder dranhängen, bei einem normalen Mastodon-Post nur vier, und dann weiß ich eben nicht, ne, wenn du jetzt bei Threads was postest und das schwappt dann zu Mastodon rüber, werden dann nur die ersten vier Bilder angezeigt, oder dann darf man auf einmal, dann tauchen auf einmal zehn auf, ähm, keine Ahnung. Also, ich glaube, da sind noch viele, viele kleine, äh, technische Lücken, äh, oder Tücken im Detail, die man noch nicht so richtig übersieht. Ähm, ja, aber ich, also, gut, da müsste jetzt ja meine Uni immerhin zumindest mal bei Threads unterwegs sein, äh, um zum großen Mastodon-Netzwerk oder zum Fediverse zu gehören. Ähm, und ich sehe natürlich auch den Punkt, dass das in der Uni-Presseabteilung, ne, dass da auch vermutlich am Ende zu wenig Leute sind, um eben alle diese Netzwerke irgendwie sinnvoll zu bedienen, ähm, und so diese ganze andere Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die man so als Universität eben machen muss. Aber, ähm, naja, ich meine, irgendwie muss man dann trotzdem, genau wie du sagst, ne, man muss auf diesen Plattformen irgendwie aktiv und sichtbar und ansprechbar sein. Und, und eben mitbekommen, vielleicht doch, was da passiert. Also. Ja, und insbesondere fände ich als Hochschule halt auf den Plattformen, auf denen die Studieninteressierten sind und die StudentInnen und alle, die an Wissenschaftskontent interessiert sind und so weiter, ne. Ja, und ich meine, da ist natürlich klar, ähm, das ist die primäre Zielgruppe von Hochschulen, aber ich würde eben sagen, ähm, eine normale, interessierte Öffentlichkeit, wie man so schön sagt, äh, auch LehrerInnen, ähm, auch Leute, die, die, also, Universitäten bilden ja auch, äh, bieten ja auch Zertifikats- und Weiterbildungsstudiengänge an. Also, ich, ich würde das gar nicht so, so sehr krass fokussieren auf die jungen StudienanfängerInnen und Studierenden, sondern, also, eine Uni, ja, ist ja auch, da gibt's ja so diesen schönen Begriff, so wie vorhin mit dem dritten, der dritte, die dritte Lehrperson ist der Raum, so dieser Third Space, der so um Unis ringsrum ist. Und da, da sehe ich super viele Sachen, also, ne, wenn man jetzt sagt, für, ähm, für Studienwerbung, für Mint-Sensibilisierung, ähm, für diesen Kontext sind eben auch Lehrkräfte und Eltern, ähm, eine super wichtige, relevante Zielgruppe. Naja, die, die treffe ich eben nicht, also, ja, bei Instagram, also, wahrscheinlich eher bei Facebook, bei TikTok wahrscheinlich eher nicht, aber, also, zumindest Lehrkräfte, würde ich sagen, findest du bei Mastodon immer noch ganz gut. Also, da sind, da sind, also, da würde ich sagen, da gibt's ein sehr aktives Fedi-Lehrerzimmer, was, ähm, was bestimmt aktiver ist als ein Blue Sky-Lehrerzimmer. Bei Threads, keine Ahnung, kann ich nicht so einschätzen, ähm, aber Twitter ist, glaube ich, auch nicht mehr so aktiv. Aber, also, ich, ich glaube, so, aus diesem Lehrkräfte-Kontext sind's doch relativ viele zu Mastodon rübergewechselt. Hm. Ja, den Eintalk hab ich auch. Genauso, bei, bei Threads hab ich's noch nicht gemerkt, ne, da weiß ich nicht, Threads hat ja immer noch das Problem, also, dass die Hashtag-Geschichte nicht so richtig gut, äh, umgesetzt ist, ne, also, ähm, auch mit Verdunten. Dann hat der Frank Medford noch geschrieben, ob wir WhatsApp auf dem Show haben, das hat sich ja auch schon eine gewisse Diskussion angeschlossen mit, äh, im Sinne der Rufnummer. Ich weiß nicht, ob man bei WhatsApp auch, ähm, sich ein, ein Account klicken könnte, der irgendwie ohne Ruf, also, ich habe, ich habe tatsächlich WhatsApp eine ganze Zeit benutzt, ohne, dass ich für diese Rufnummer eine SIM-Karte hatte oder irgendwie zumindest sowas. Ich hab das, ich hab das eigentlich nur, genau, ich hab das auf einem Smartphone benutzt, was keine SIM-Karte drin hatte und das funktionierte trotzdem irgendwie relativ gut. Natürlich war da irgendwie ne, ne, ne Rufnummer dran angeknüpft, aber die war eigentlich nicht wirklich aktiv. Ähm, ja, aber ich, ich meine, WhatsApp ist, ist eben eher so ein Messenger, ähm, diese Channels als Konkurrenz zu Twitter, ich weiß es nicht. Also, kann ich mir nicht so richtig gut vorstellen. Ich meine, dann vielleicht tatsächlich noch eher Telegram. Ja, ich meine, da gibt es ja auch so Gruppen und Kanäle, ähm, ähm, und man kann das auf dem Handy sehr gut nutzen, man kann das auch in einer Web-App, ähm, ziemlich gut nutzen und, ähm, das, das nutzen ja auch sehr viele. Also, ich meine, Telegram ist ja auch so ein bisschen verschrien als so ein Schwurbler und, äh, Impfgegner-Netzwerk und hast du da das schon wieder in der Gruppe gelesen und sowas. Aber gut, ich meine, das, äh, das gibt es, glaube ich, dann in jedem großen Netzwerk, ähm, ähm, dann irgendwie da auch einen eklatanten Anteil an falschen Leuten. Ich weiß nicht, ich würde jetzt WhatsApp in dem Sinne eher als so Messenger sehen und weniger als ein Social-Network. Also, ich meine, der, klar kann ich mir in einem Social-Network auch immer Privatnachrichten schicken und, ähm, manche Leute kommunizieren ja auch sehr intensiv über Privatnachrichten, keine Ahnung, in einem Instagram, ähm, oder in einem Twitter-Privatnachrichten-Thread und dann ist so, keine Ahnung, die öffentliche Nachricht eben so ein Nebenprodukt, ja, und bei WhatsApp ist das eben genau andersrum. Aber ich würde jetzt WhatsApp niemals nie als ein Twitter-Konkurrent sehen, zumindest persönlich nicht. Die große Stärke von WhatsApp aus meiner Wahrnehmung ist, äh, die Gruppe, also die Gruppenfusualität, Gruppenchat. Gruppenchats zu machen, das machen viele bei WhatsApp, ja. Weil man da einfach mit mehreren Personen, die man kennt, eine Gruppe aufmachen kann und auch viele Studis, ne, also Studis, ähm, machen ihre Lerngruppen und so weiter und es gibt ganze Veranstaltungs-WhatsApp-Gruppen, ähm, wo teilweise hunderte von Studierenden auch Jahrgangs-WhatsApp-Gruppen und so weiter, ne. Also da läuft vieles über WhatsApp. Nehm es auch wahr, weil einige mich dann auch einladen in ihre Lerngruppen beispielsweise, weil sie mir da irgendwelche Fragen zu Mathematik stellen wollen. Genau, und dann ist das aber, finde ich, immer in so WhatsApp-Chats, wenn du dann, ähm, wenn dich mal noch eine Nachricht von vor drei Monaten interessiert, ähm, tue ich mich immer wahnsinnig schwer, die dann zu finden. Also wenn du nicht genau weißt, wann, weil du dich vielleicht noch irgendwie an den, ah, das muss so in der dritten Semesterwoche oder so gewesen sein. Ähm, also ich habe Twitter und deswegen habe ich auch meinen, also ich benutze ja meinen Twitter-Account auch noch so ein bisschen, aber es gibt ja auch, ähm, Leute, die dann gesagt haben, mit Twitter möchte ich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Ich lösche mein, äh, also ich lege meinen Account nicht nur still, sondern ich lösche den auch komplett, sodass man alle Sachen dort auch gar nicht mehr finden kann. Dass, ich habe eben zu viele Sachen, ich habe, ich habe Twitter so genutzt, dass ich, äh, da immer Fotos gepostet habe, hier so auch so von Hybrid-Lehre-Sachen und dann immer und überall irgendwie darauf verlinkt habe. Und deswegen, also es wäre total schlimm, wenn, wenn Twitter wirklich so hart abgeschaltet werden würde und diese ganzen Dings nicht mehr funktionieren, weil dann ein Haufen Blog-Artikel von mir irgendwie komplett sinnlos wären, weil dann immer so der Link und der Kontext fehlt. Ähm, und zum Beispiel, also was bei Twitter für mich super gut funktioniert hat und, ähm, was bei Mastodon nicht so richtig gut funktioniert, ist so diese Suche. Also man hat nach seinem eigenen Namen und irgendwie einem Keyword, einem Hashtag, einem Stichwort gesucht und dann hat man eben relativ schnell wieder irgendwie das passende Foto, die, also ich habe auch so Twitter, so ein bisschen so im Sinne von, ähm, Memo an mich selbst, hier so diese Einstellung hast du in dem Programm Screenshot-mäßig gepostet, hätte noch für jemand anderes auch, na, also, keine Ahnung, du willst Untertitel in Zoom hier das und das musst du einstellen, du willst irgendwie das und das in Moodle hier, hier das Häkchen musst du setzen. Und dann hat das, ähm, hat das für mich gut, also andere Leute fanden das interessant und wenn ich, Moment, wie, was war das Häkchen? Ah ja, such mal kurz bei Twitter nach deinem eigenen Namen und irgendwie Zoom und dann habe ich das relativ schnell wieder gefunden. Und das geht bei Mastodon, also weil, glaube ich, so eine Suche ist ja ziemlich rechenintensiv, ähm, deswegen haben die Mastodon-Instanzen das lange nicht angeboten. Ich glaube, das geht jetzt, aber zum Beispiel diese Suche bei Mastodon finde ich immer noch irgendwie anstrengend und nicht so richtig gut. Und, äh, der Nervous Nullpoint, der schreibt noch, auf Reddit gibt es halt alles, ja, ähm, und, ähm, also mit Telegram und dem Vergleich, ja, aber zum Beispiel Reddit ist was, da konnte ich mich auch nicht so richtig, also mit dem, mit diesem, ähm, Netzwerk, wenn ich das jetzt mal so nenne, dieser Plattform bin ich auch nicht so richtig warm geworden. Ja. Aber ich feiere es zum Teil, zu Teil, was da passiert. Ich gehe auch, ich gehe ganz gerne rein, genau. Ich finde, Reddit hat immer noch so den alten Usenet-Flair, ne, also die alten, ähm, ah, wie hieß das damals in den 90ern? News-Gruppen, genau. News-Gruppen, ja, ja. Genau, ähm, ne, das hat so ein bisschen den Flair, dass da Leute irgendwo so Gruppen haben, äh, in denen zu bestimmten Themen halt Threads existieren, so. Und, ähm, das erinnert mich ein bisschen daran. Deswegen bin ich ganz gerne auf Reddit, aber ich mache da eigentlich nicht viel aktiv oder so. Genau, also das ist, da bin ich eher so passiv, ähm, unterwegs und lese da ab und zu mal mit in gewissen Subreddits, aber, äh, ja, also es ist so ein, zumindest so ein Netzwerk, was mich nie groß dazu motiviert und konnte, da jetzt selbst aktiv was zu posten. Also Twitter habe ich auch nicht gelöscht, ne. Also ich bin auch wenig auf Twitter unterwegs, aber das Problem ist natürlich auch nicht nur sozusagen, dass die Links nicht mehr funktionieren, sondern ich habe halt auch viele Follower auf Twitter, ja. Also ich habe ein großes Netzwerk und, ähm, das, sowas gibt man nicht auch einfach auf, ne, sondern das, ja, das versucht man natürlich. Aber, also, hast du dir mal die aktuellen Interaktionszahlen angeschaut? Also sie sind dann doch, ob der großen Zahl, die da noch an FollowerInnen dasteht, äh, doch relativ ernüchternd. Also ich glaube ... Trotzdem ist, ja, na, ja, klar. Aber, also, ich fand es natürlich ein bisschen traurig, dass du sozusagen da mühsam über Jahre ein Netzwerk aufgebaut hast und jetzt, äh, verflüchtigt das alles und in der großen Diversität an Plattformen, Blue-Scale-Mastodon-Threads, wie sie alle heißen, ähm, hat man jetzt so Teilnetzwerke hier und dort und so, ne. Und, äh, ein bisschen Nostalgie behalte ich mir noch dadurch, dass ich das, das sozusagen zumindest das Netzwerk dort ... Ja, also so ganz aufgeben kann ich es auch nicht. Ähm, dann ist es irgendwie doch zu viel, ja, liebgewonnene Routine vielleicht einfach. Ähm, und eben so das Look-in-Feel der Plattformen, ähm, finde ich dann doch immer noch ganz gut. Oder, ähm, ich meine, also, wenn man sich jetzt Blue-Scale anguckt, von der Oberfläche her, ist es ja auch einfach nur ein ziemlich, äh, glattes Copy-and-Paste der kompletten, ähm, Twitter-Oberfläche, mehr oder weniger. Der Nervous-Null-Pointer schreibt noch, Math-Memes ist natürlich das beste, ja, und, und letztendlich, dafür studiert man ja auch Mathematik, damit man dann diese Memes versteht. Das ist ja einer der Hauptreize, äh, diese Witze zu verstehen. Jetzt weiß ich auch, wo Nervous-Null-Pointer immer die Memes herbekommt. Hahaha, auf Discord, ja. Tja, Admiral Wurst fragt, ist das Auseinanderfallen auf viele Plattformen jetzt gut, wenn man von jeder das Best-of kriegt, oder sollte man versuchen, wieder einen Standard zu finden? Tja, ich weiß es nicht. Tja, ist so eine schwierige Sache. Also, dieser, ähm, dieser Happy Place, der Twitter früher vielleicht mal war, ich meine, äh, irgendwie kontroverse Diskussionen und seltsame Hinderheit, der gab's natürlich schon, schon auch früher. Ähm, tja, aber der wird's wohl wahrscheinlich nie wieder werden. Und ich meine, tja, vermutlich, ähm, muss ich das einfach noch eine ganze Weile wieder einruckeln, um mal so zu gucken, irgendwelche, also, ne, so wie ich sage, ich hab früher ja auch sehr selektiv Inhalte so sortiert, ähm, dass ich dann das eine in dem Kontext eher dort gepostet habe und das andere in dem Kontext eher dort. Und das hat sich für mich jetzt bisher noch nicht so richtig wieder eingestellt. Wobei der einzige Punkt ist, also bei LinkedIn folgen mir, und deswegen hab ich da zum Beispiel Christians Post auch in Anführungszeichen nur kommentiert und irgendwie nicht wieder direkt geteilt, äh, weil mir da fast nur englischsprachige Leute aus dem internationalen Kontext folgen, die irgendwie dann wirklich was mit Elektrotechnik oder mit, ähm, Elektromagnetschaft, Verträglichkeit, äh, Electromagnetic Compatibility, EMC zu tun haben. Und die das jetzt, ähm, Matthias streamt mit einem, ähm, mit einem deutschen Mathe-Professor, ähm, und wir verstehen nichts davon, nicht so wahnsinnig interessieren würde. Deswegen hab ich das auch nicht geteilt, ne, aber, ja, und es ist natürlich anstrengend, diese verschiedenen Plattformen zu bespielen. Also, früher hat man eben, früher hab ich einmal das bei Twitter gepostet, da haben das in Anführungszeichen alle gelesen, die das interessiert hat, und jetzt poste ich das eben bei Twitter, bei Threads, bei Mastodon und bei Blue Sky. Und, ähm, ein Viertel der Leute, würde ich sagen, lesen es hier und da und dort und dort. Und ein paar Leute lesen es doppelt und dreifach, ähm, so wie ich dann auch. Und das ist einfach anstrengend, ja. Schade finde ich auch, also, ähm, in Anfangszeiten von Twitter war ich damals auch schon aktiv und damals gab's, wurden auch, kamen die Barcamps auf, ne, und da gab's auf jedem Barcamp, gab's eine Twitter-Wall, wo sämtliche Tweets aller Anwesenden dann auch im Raum angezeigt wurden. Und das, das, ich weiß gar nicht, wie das jetzt heute gemacht wird, also stelle ich mir eher schwierig vor, ne, welche Plattform nimmt man denn jetzt für so etwas wie eine Twitter-Wall? Ich hab auch schon tatsächlich lange keine Twitter-Wall mehr gesehen, aber, ähm, eine, eine Twitter-Wall ist tatsächlich was, was mich mal zu Twitter bewegt hat. Oder, also, dieser, der erste Account, den ich mal angelegt habe, war der für unseren Lehrstuhl und der war für ein, ja, für ein Industrieseminar, für eine eintägige, ähm, veranstaltung bei uns in Magdeburg, ich müsste mal recherchieren, 2017, 2016, weiß nicht, irgendwie so in der Zeit, und, ähm, also, da gab's damals ein paar, paar Firmen und auch ein paar Leute, die eben diese Eintages-Konferenz, ähm, dieses Eintages-Event besucht haben, und da gab's eine recht aktive Twitter-Wall, und das ist auch was, was zumindest in der Zeit total gut angekommen ist, und wo man auch sehr schön, ähm, eben, naja, so wie man das auch bei einem Barcamp oder bei eben so einer Veranstaltung macht, also man konnte sehr schön nach außen showcasen, was da so passiert, na, und da haben dann auch ein paar Leute von, die jetzt, keine Ahnung, in der Firma, ähm, die Messtechnik baut, arbeiten, aber jetzt an dem Tag nicht vor Ort sind, irgendwie drauf geantwortet haben und gesagt haben, ja, hier, wir haben jetzt hier das, ähm, Messgerät hier, ich kann, könnte ich auch eine Demo jetzt hier zeigen oder ich schicke euch mal ein paar Fotos oder sowas, und man hat natürlich auch so klassische Sachen geteilt, ähm, ja, jetzt gibt's Mittagessen, ähm, guten Appetit allen beisammen und jetzt geht die nächste Vortrags, äh, Sessionreihe los und in Raum 1 ist das, in Raum 2 ist das, in Raum 3 ist das, ich hab lange keine, also ich war jetzt in diesem Jahr auch, oder ich war in letzter Zeit nicht wirklich auf Barcamps, aber trotzdem auf vielen Präsenzveranstaltungen, eine Twitter-Wall hab ich eigentlich, glaub ich, seit Corona nicht mehr gesehen, leider. Ich auch nicht und das ist echt schade. Ja, ich weiß nicht, wie's dir geht, aber ich denke, wir sind so, kommen so langsam, da haben wir ziemlich viel diskutiert, könnten so langsam gegen Ende gehen, oder? Seid es gibt noch Fragen. Genau, wir könnten auch auf diesen einen Punkt, ich muss im Chat ein bisschen hochscrollen mit diesem, ähm, was, die Strawberrynator geschrieben hat, mit, ähm, virtuelle Räume müssen einladend sein und man muss ja einen Platz haben und den auch gegebenenfalls gestalten können und, äh, darauf würde ich ganz gern auch noch mal kurz eingehen und kommentieren und würde sagen, also, ja klar, natürlich auf jeden Fall und nicht nur virtuelle Räume, sondern eben auch ein Campus, ja, und wenn man eben eine Lehrveranstaltung am Campus anbietet und man bietet die nur in Präsenz an, ähm, na klar, dann müssen eben und werden Leute auch kommen, so, so uneinladend oder so, ähm, unlebenswerten Campus dann vielleicht auch ist und ich meine, wenn man dann Lehrveranstaltungen Hybrid anbietet oder es gibt eine Aufzeichnung, es gibt einen parallelen Livestream oder vielleicht auch mehreres davon, ähm, und Leute kommen eben nicht mehr in die Präsenz, ja, dann liegt es meines Erachtens eben auch ein Teil daran, dass der Campus einfach nicht einladend und lebenswert ist und, ähm, ganz viele Uni-Gebäude, ähm, also vielleicht auch gerade die, die so zwischen 1970 und 2000 entstanden sind, die sind eben sehr funktional, will ich mal sagen, ne, die sind eben wenig einladend, ähm, es gab früher, auch bei Twitter, glaube ich, so einen schönen Red oder so einen schönen Hashtag Schule oder Knast, also wo immer Leute Fotos gepostet haben und da musste man entscheiden, ist das als Foto einer, einer Bildungseinrichtung oder einer Justiz, Justizvollzugsanstalt und es war manchmal echt schwer zu entscheiden, also es gab sehr hippe, äh, Knastgebäude und es gab sehr, ähm, ja, Gefängnisähnliche Schulen und, ähm, ja, also ich glaube, man braucht auf einem, also ich glaube, dass Leute eben nicht primär für Lehrveranstaltungen auf den Campus kommen, sondern dass Leute eben auch für Lehrveranstaltungen auf den Campus kommen, aber für, für Co-Learning, für Coworking, um sich mit der Lerngruppe zu treffen, um eben in die Mensa zu gehen, um sich irgendwie nett zu unterhalten, um, um so Campusleben mitzunehmen und ich meine, auch das muss man auf dem Campus eben so ein bisschen kultivieren und ich reise ja so als Flying Faculty relativ viel rum ähm, und mir fällt das immer wieder auf, dass in anderen Ländern es viel mehr Begegnungsräume, sage ich mal, gibt auf den, auf den Campi, in den Gebäuden, irgendwelche Sitzecken, irgendwelche einladenden Räume, ähm, irgendwie schön gestaltete Foyers und dass das in, ja, dass das uns in Deutschland, glaube ich, hier und da so ein bisschen fehlt, also es gibt dann so ein paar Räume, vielleicht manchmal in der Bibliothek oder vielleicht gibt es irgendwie, irgendwo so ein Welcome Center, wo man, wo man dann mal so ein paar Sitzecken hat, ähm, aber ansonsten sind die Uni-Räume eben sehr funktional und so ein Campus ist sehr grau und da gibt es eben viele Parkplätze, aber es gibt eben wenig, ähm, Begegnungsräume, wenig Park, wenig Grün, wenig, wenig Sitzecken, ähm, und, und, und deshalb kommen Leute eben, ja, dann nicht, nicht so gern an den Campus oder eben nur, wenn man sie über eine Pflicht, Lehrveranstaltung, eine Präsenz dazu zwingt. Also das war noch so zu, zu Strawberry-Nator, zu der, zu den einladenden Räumen, also ich glaube, das gilt eben, wie gesagt, nicht nur für virtuell, sondern auch für die Präsenz mindestens genauso. Und Creaversity schreibt, für Neubauten wird das immer öfter mitgedacht, deswegen sage ich ja, ne, also für Gebäude, die bis 2000 entstanden sind, da hat man damit sich halt nicht so den Fokus drauf gelegt und ich würde auch sagen, neuere Räume und ich kenne auch wenig Unis, die in den letzten Jahren sich ein super neues, geiles Hörsaalzentrum irgendwie hingestellt haben und dann auch noch, riesen Pressemitteilungen darüber geschrieben haben, was sie jetzt für tolle neue Hörsäle haben, weil, also ich glaube, dieser Hörsaal ist tatsächlich eigentlich so ein bisschen tot. Also dieses, wir setzen da jetzt ein paar hundert Leute gleichzeitig in einen großen Raum und die hören jetzt irgendwie im Synchron zu, das kann man sich, glaube ich, ein bisschen sparen. Ja, dem würde ich 100% zustimmen. Ich glaube, es gab jetzt keine weiteren Fragen mehr im Chat, die wir nicht aufgegriffen hätten. Ich denke auch. Ja. Ich habe gerade noch mal so losgescrollert. Ja. in diesem Sinne würde ich sagen, könnten wir mal so gegen Ende gehen. Vielleicht noch mal hier ein bisschen Werbung für Matthias Twitch-Account und YouTube-Account. Also gerne bei Matthias auf den Twitch-Account gehen und folgen und auch bei YouTube Elektrotechnik-Content. Es gibt hauptsächlich Sachen zur Elektrotechnik. Genau. Deutschsprachig, Englischsprachig. Es gibt auch ein paar Hochschul-Daktik-Sachen. Es gibt auch coole Lego-Videos zum Beispiel von unseren Studierenden, weil wir haben so ein sehr fancy Projektseminar, wo es darum geht, eigentlich programmieren zu lernen und als Vehikel kriegen die Studis einen Kasten Lego und bauen dann witzige Maschinen daraus zusammen und lernen dann über das Programmieren der Maschinen, das eigentliche Programmieren. Da gibt es sehr, sehr coole Videos. Ja. Und wer Lust hat, noch nach dem Talk hier weiter zu talken, gerne zu mir in die Discord-Community kommen. Wir haben da zahlreiche Channels und total nette Leute und ja, herzliche Einladung. Und ich würde vorschlagen, so gegen Ende, was ich mit Lisa auch im Stream gemacht habe, was ich vorher noch nie gemacht hatte, aber heute auch wieder machen würde, ist ein Raid zu machen. Und zwar würde ich euch schicken in den Kanal von Jule the Fox. Das ist eine Streamerin, deren Musik-Streams ich total mag. Die macht im Wesentlichen Techno-Streams, aber heute macht sie Just Chatting und die hat heute nämlich Geburtstag. Und deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir da jetzt alle rein und gleich ein Happy Birthday. Und dann freut sie sich total. Okay, machen wir das? Okay, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. In Discord schreibe ich wieder rein, wann ich zum nächsten Mal online bin. Auch bei Matthias erfahrt ihr, wann er beim nächsten Mal online ist. Und ja, jetzt würde ich sagen, ab in den Raid. Ciao, ciao.